Herzlich Willkommen bei Sidesweiz zu eurem Film- und Serienpodcast auf Schweizerdeutsch zu einer weiteren Jahrgangs-Folge. Ja, wir haben auch einige Formate mittlerweile für unsere Sonntags-Folge und eine von den sehr beliebten, die wir immer wieder gerne in den Führer holen, ist die Jahrgangs-Folge, die immer am Ende der Folge dann schon das nächste Jahr vorkommt. Und diesmal gehen wir in die frie 2000, oder die mittlere 2000, wie auch immer man das will nennen, ins Jahr 2005. Wir sind der Spike. Hallo zusammen. Der Hil. Moin. Und ich bin der Alex. Und bevor wir jetzt hineinsteigen, weil wir haben natürlich wieder vorbereitet mit Sachen wie, was ist im Weltgeschehen basiert, wie das hier so ein Sternchen, was das für ein Tal es gab, was für eine Musik ist herausgekommen. Und natürlich dann ganz klar unsere Lieblingsfilme und Serien und auch die, die nicht so toll sind aus dem Jahr. Zuerst einmal, was für Erinnerungen habt ihr an das 05? Ich glaube, das ist gar keine. Okay. Ja, das ist so, dass er da ungele, äh, da ungele, da ungele, da ungele Jahrgang, ich bin da irgendwann aus der Schule gekommen, hat die Lehre abgebrochen und bin da gerade so ein bisschen, ja, so Couch Potato kann man sagen. Ah was? Okay. Ich bin dann viel unterwegs gewesen, also sieben Tage in der Woche. Was eigentlich das genaue Gegenteil von Couch Potato ist. Ja, wenn ich nicht gerade unterwegs bin, bin ich, du weißt ja, so bildlich. Aha. Ah okay. Also, oder wirtschaftlich gesehen Couch Potato. Genau, wirtschaftlich gesehen Couch Potato. Ja. Okay, okay. Okay, gut, gut. Du hast das Jahr so dazu, um ein bisschen und dann gab es erst null Sex in der Band, das erste Mal meine Musik. Aber das war ein Jahr nach. Okay. Ja, bei mir ist es eigentlich sehr präsent, das war das Jahr nach meiner langen Militärzeit, 2004 bin ich fast nur ein Militär gewesen. Ich habe dann im 2005 meinen ersten richtigen 100%-Job angefangen und dann, ja, ab dort dann nur noch gebeugelt. Aber durch das, was ich halt dort Mediamat weiter angefangen habe, ich bin ja schon mal dort gewesen, habe ich dann natürlich auch sehr, sehr viele Filme mitbekommen, die dann eben eben gerade rausgekommen sind. So, darum habe ich das Jahr sehr präsent von den Filmen, wirklich voll die Welt gehabt, welche Filme ich da alle schon x-mal gesehen habe und auch sehr gut gefunden habe. Da komme ich natürlich nachher noch dazu. Ähm, ja, Musik habe ich damals allerdings noch nicht gemacht, das war erst, bei mir war es erst ab 2007 gewesen. Ah, wirklich? Ja. Okay. Oh nein, ich habe da schon zwei, drei Jahre lang Musik gemacht gehabt. Mhm. Und sonst, habe ich mir überlegt, was war denn in diesem Jahr so? Ich habe keinen Schimmer. Ich weiss nicht einmal mehr, in welchen Bereich ich unterbrechen kann, da unterwegs zu sehen. Ja, gut, mit 20 Jahren, ja gut, das sind verschiedene Zeiten, in denen ich alles Mögliche gemacht habe, also so ein, zwei Jahre habe ich ein bisschen experimentiert, habe da jegliche Branche einfach irgendwelche Jobchen angenommen, einfach um zu schauen, wie ist es so, gar nichts, solche Handwerker, also handwerklichen Betriebe, aber so halt körperlich zu arbeiten, wie ist es im Service zu arbeiten, wie ist es, wo auch immer zu arbeiten. Aber, ja, Musik auf jeden Fall schon als Thema gesehen. Aber ansonsten, was ist das, ah, da bin ich ja 20 gewesen, ja. Jeeey. Ich glaube, da ist es ja, es ein, ein, zehn Jahre später habe ich ja den Kopf einfach rasiert, weil du nicht mehr hoch hast, ja. Das ist, zu ruhig, aber wahr, ja. Aber, ja, du hast recht, also auch, als ich mich vorbereitet habe, auf die Filme, oder ich habe wirklich gestaunt, wie viele Filme ich damals tatsächlich auch zu dieser Zeit im Kino gesehen habe. Fast alle auf meiner Liste habe ich im Kino gesehen. Doch, fast alle. Das ist wirklich crazy. Musik muss ich sagen. Das kann ich schon mal vorweg schicken. Das wird schwierig. Ich gehe mir diese Lieder alle vorzwingen, damit ihr wisst, was es ist. Es wird nicht einfach für mich. Ich opfere mich doch gerne auf. Ah, gerade so. Was ist sonst in der Welt passiert, Spike? Einiges, was ganz sicher das Jahr 2005 sehr geprägt hat, ist, wir hatten quasi in der westlichen Welt sehr viele Feierungswechsel. Zum Beispiel wurde Angela Merkel in diesem Jahr zur Kanzlerin gewählt. Die Angie. Aber das ist ja crazy, wenn du überlegst, oder? Wie lange hat sie die Uhr gehabt, ja? Das ist wirklich krass, ja. Obwohl, das ist ja in Deutschland schon fast Tradition, dass die Bundeskanzler oder Kanzlerin lange dauert. 16 Jahre, ich glaube, das ist schon Rekord. Ich glaube, sie hat am meisten gemacht. Ich meinte sie jetzt. Ist der Kohl nicht länger gewesen? Ich weiß es nicht. Der Kohl ist sehr lange gewesen. Ich schaue mal heimlich. Dann hat es auch nach einer sehr langen Regentschaft mal einen neuen Papst gegeben. Der Papst Johannes Paul ist gestorben. Und dann ist der Hitlerjugendpapst am machen gekommen. Ist das der Hitlerjugendpapst? Ja, ja, der Ratzinger. Ah, der Ratzinger. Der Papst Benedikt. Ganz sympathischer Typ. Ja, saumässig. Der José Ratzinger. Ja, aber Durchhaltevermögen hat er keinen. Das war ja der erste Papst, der zur Lebzeiten zurückgetreten ist. Was vielleicht besser war. Ah, du Junge. Du hast recht. Der Helmut Kohl war auch von 82 bis 98. Okay. Sind das 16 Jahre? Ja. So gleich lange. Ja, ja. Ich glaube, du darfst nicht länger reden, oder? Ich glaube, du darfst gar nicht länger reden. Ist das richtig? Du darfst bis zu einem gewissen Alter nicht meinen? Nein, Merkel ist ja von selber zurückgetreten. Ja, das ist richtig. Also, wie alt ist sie? Ich glaube, sie ist 70 oder so. Aber sie ist schon noch junger. Ja, sie hätte gerade noch können. Ja, gerade so ein wenig. Aber du hast irgendwie gefunden, du, Dakar, kannst nicht mehr bremsen von dieser Wand. Und schicken sie noch grössere Idioten ins Spiel. Hol mir mal eine Flasche Bier, Schröder. Da war das Spiel nur sieben Jahre dran. Ja. Ja, der ist ja rausgefallen wegen dem Misstrauensvotum. Ja. Ja. Zurecht. Und jetzt ist ja Persona Nongarada. Ja, auch zurecht. Das ist ein riesen Mongopinsel. Ausser vielleicht in Russland. Dort nicht. Ja. Ja, das ist ja cool drauf. Wir sind egal zusammen. Macht den Sport. Dann weiter auch der Fürst Renier von Monaco. Er ist in diesem Jahr gestorben. Und dann ist es an seinen Sohn weitergegangen. Die Regentschaft. Das ist ja mehr auf dem Papier als irgendwas. Aber gleich. Und dann George W. Bush hat seine zweite Amtszeit gestartet. Und gerade die Amerikaner sind im 2005 Jahr sehr präsent gewesen. Vor allem im Irak. Sie haben dort... Im 2005 haben sie dann einmal gemerkt, ja die haben ja gar keine Atomwaffen. Chemie. Nachdem sie... Ah, ja. Also einfach allgemein. Atomwaffen haben die die anderen. Ja. Ja. Sie haben einfach nach... Sind sie chemisch? Ist egal. Sie haben jedenfalls nach Waffen gesucht, die durch Grund gewesen sind, um im Irak einfallen. Saddam Hussein bereits festgenommen worden. Erst im Jahr darauf hingerichtet worden. Und ja... Man hat dann zugegeben, ja die haben gar keine solche Waffen. Man ist aber trotzdem noch irgendein Sau lang dort gelebt. Ich weiss nicht. Muss schön gewesen sein dort. Können Sie meinen. Man hat ja drei Foto gesehen, wo ja die Autos mit der Waffe... Ja, ja. Oder den Krieg. Ich glaube, irgendwann haben sie gerade gesagt. Also man gewisse haben sie nie. Hey. Muss ein Partner gewesen sein. Jeden Tag ein Feuerwerk. Also... Hey. Nein. Also ein riesen... Ich finde es ein riesen Witz. Das Ganze. Aber hey. Pfff. Jo. Ähm. Und diverse Attentate auf der ganzen Welt. Die Attentate von London, zum Beispiel. Ja. Die Londoner U-Bahn. In Deutschland hat es auch ein paar Sachen gegeben. Da geht es nicht auf alles einzig. Nein. Sie sind ja positiver Podcasts. Das ganz negative Zeug möchte ich nicht erwähnen. Obwohl... Insgesamt ein sehr negatives Jahr. Der Hurricane Katrina hat ja zum Beispiel auch Louisiana und Mississippi. Speziell New Orleans verwischtet. Ja. Was ja sehr, sehr tragisch ist für die doch sehr kulturelle, wie ich finde, wichtige, wertvolle und nach allem, die man gesehen hat oder auch heute wieder sieht, sehr, sehr schöne Stadt. Ja. Also... Das habe ich nicht gesehen. Aber ich glaube, das wäre wirklich noch so eine Stadt, die mich reizen könnte, um irgendwann mal ein bisschen zu machen. Der Eiffel, die ist klar. Vor allem. Das ist gar geil. Ja. Ja. Also das ist schon mehr oder weniger auf dem Weltgeschehen gewesen. Eher ein düsteres Jahr. Mhm. Vom Sport habe ich aber natürlich noch etwas. Ach! Ähm... Und zwar... Fernando Alonso ist in diesem Jahr zum allerersten Mal vom Leinz-Weltmeister geworden. Ist er noch öfters geworden? Ja, ich glaube. Das weisst du nicht, oder? Nein. Nein. Ich habe es genau angesehen. Nein, ich habe... Ich glaube, du hast fast nur einmal geworden, oder? Ist das so? Ich finde es immer schwer. Ich habe gemeint, ja. Aber ich verfolge die Formel 1 nicht aktuell. Ähm... Ja... Fussballtechnisch muss man selbstverständlich erwähnen. In der Saison 2004 auf 2005 hat natürlich absolut berechtigt der FC Basel die Schweizermeisterschaft gewonnen. Wir haben es in dieser Zeit gesehen. Ja, das ist so. Naja, du hast nach 20 Minuten in die 4-0 gestanden und erst 3-0 gestanden. Das steht dann schon vorbei. Ey, nein. Das war am rauslaufen. Ich gebe meine Saisonkarte zurück. Das erste 4 geht. Heutzutage sind wir mit dem 5. Platz zufrieden. Und die Preisehöhe können sie auch noch machen. So zufrieden würde ich nicht sagen. Ja, aber... Ja, ja. Künstliche Musik hört man. Weisst du dort so... Da ist ja eine Benoling unterwegs. Ist das GC? Ist das noch GC? Der GC hat... Nein, das war die FCZ. Ja, FCZ ist ja dann im Jahr drauf. Ja, ja. Angeblich. Also, ich glaube sie sind auf den Platz gegangen. Weiss aber nicht, ob sie den Ball hatten. Ich habe vergessen, was sie auf den Platz gesehen hat. Ja. Sicherheitsgründe. Ja, du alter Hooligan. Ja, du... Wieso? Müsstest du dich schützen? Ja, dann benutzt ihn Gummi, aber... Nein. Ja, das hat man auch manchmal von diesen Chaoten eigentlich... Seine Eltern, vor allem Roten. Die Polizei hat mich mit Gummi geworfen, ja? Ja, ja. Das ist so. Aber nicht die lustigen. Ja. Ja, das wäre es mehr oder weniger gewesen. Ich glaube, der Rest ergibt sich zum Teil auch noch aus den Filmen ein bisschen. Ja. So ein bisschen das Feeling dafür. Aber eben insgesamt vom Weltkrieg schon eher ein düsteres Jahr gewesen. Puh. Ja, die Musik ist eben auch scheisse. Ich weiss nicht, ob ich das jetzt machen möchte. Vielleicht war das der Grund für das düstere Jahr. Es kann schon sein. Es ist wirklich... Ey, Jungs, ganz hoch. Kennen Sie noch Sweetest Poison? You are the sweetest poison. Nupacadi. Ja, das ist eine von den ersten so Bands gewesen, die dort... Ich glaube, das ist ProSieben gewesen, oder? Popstars, nicht? Äh, das ist, glaube ich... Ich glaube, Sat 1 ist es am Anfang gewesen. Ja, das ist die dritte Band gewesen. Davor. Okay. Ja, aber so die Wannabe-Metal-Band, die Goff-Band. Also ganz schlimm. Also da ist jetzt einfach alles beschissen, was nur beschissen sein kann. Sie haben tatsächlich einen Album-Track, aber nur einen Album-Track, den ich recht cool finde. Und ich gebe es zu, ich habe das Album gekauft wegen diesem einen Lied. Ja, so. Ja. Den Song kann ich heute noch hören. Ja. Ich habe eigentlich zweimal gesiebt. Ist ja auf jeden Fall besser als der Song. Ähm, es ist allerdings nicht viel besser weitergegangen, weil nachher ist doch tatsächlich... Und wenn ich das sage, als grosser Krokodil-Fan ist der schlimmste Krokodil-Song aller Zeiten gekommen. Oh nein. Schnee, 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 Schnee. Oh Gott. Ich weiss gar nicht, wie der Text geht, aber... Schnee, das kleine Krokodil, hatte sie Durchbruch. Und das war tatsächlich ein Jahr vor dir. Weil wir haben dann auch noch den Crazy Frog vom XLF. Rin, dig, 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 umaanlinga-king. Aber das war so blöd, dass du schon wieder cool sah. Du regst mich auf dazu, nein! Also sorry, Leute, die das gehört, gehören ein auf eine Wand gestellt. War das da ja auch immer aber immer? Ja! Was ist noch diese Zeit museum? Jamba, jambasper. Und ich merke auch aussersehnlich, ich merke nur noch einen weiteren, tierischen Namen online. Weil ich tagsht Sharkira schreibe. Featuring Alejandro Sanz. La Tortura. Kennt ihr noch? Das Duet. Dann kommt es immer... Was gesagt? Nicht, das kennt ihr nicht. Es ist perfekt nachgesungen. Ja, das ist klar. Aber sogar die Sprache bleibt gleich, weil diesen Song kennt ihr sicher von Juanes. La Camisa Negra Na-ma-na-ma-ni-na-mi-na Gara-gara-gira-du-ra-ra-taco Keine Ahnung wie der Song gegangen ist, aber ganz schlimmer Song. Ein typischer Sommerhit halt. Mehr fürs Auge, weniger fürs Auge, sind dann Pussycat Dolls gekommen. Die hatten ihren ersten Hit. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was Freak like me, baby? Don't you? Kennst du noch? Ja. Ja, aber immer noch besser als New Pagadi. Bei aller Liebe. Aber ich kann es noch toppen. Mhm. Und ich finde diesen Song tatsächlich noch ich persönlich noch recht witzig. Und zwar Candy Shop von 50 Cent. Let me take you to the candy shop Let me take you to the candy shop Let you lick my lollipop Woah. Also was ja eigentlich nur darum ging, ist halt, ja, um Vögel. Und das sehr wenig subtil. I gonna go into the candy shop I gonna lick your lollipop Boo. Ja egal. Jo, aber es wird noch schlimmer. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich schlimmer finde. Doch eigentlich schon. Das zweitschlimmste von dem Jahr, was rausgekommen ist, war das Lonely. I am so lonely. I have nobody. Or on my own. Wee! Aiken! Mhm. I'm so lonely. Me so lonely. Ah, ganz unerträglich gesehen! Und das ging überall überall. Das war, so, La Camisa Negra. Und du hast wirklich... Ich glaube, ich weiss schon, warum wir so wenig Erinnerungen an das 05 haben. Wir mussten wahrscheinlich den Kopf wegsaufen. Und ich dachte immer, das habe ich nicht gemacht, weil ich es wollte. Nein, du bist zwungen, Du bist ein Opfer. Stimmt. Ich glaube, man könnte sogar jetzt an dieser Stelle eine Sammelklage gegen Pop-Industrie vom 05 starten. Das würde durchkommen, Mann. Aber die, die damals an der Maxi rauszuhackieren, haben ja heute alle kein Geld mehr. Weil jetzt kommt wirklich das Schlimmste. Jetzt habe ich Angst. Ich tue jetzt das... Gib mir eine Sekunde, weil es ist so schlimm. Ich tue jetzt den Text... Ich tue euch einfach so vortragen. Dann ist sicher irgendwie ein guter Text. Das wäre sehr, sehr geil, aber nein. Es ist tatsächlich ein Text. Und das macht es allerdings nicht besser, weil der Text ist so beschissen. Also... Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt... Dann sagen wir nein, oder? Dann nur, damit du Liebe empfängst... Durch die Nacht... Und das dichteste Geäste... Damit du keine Ängste mehr kennst... Ich geht's. Eine Wüste aus Beton und Asphalt... Doch sie lebt und öffnet einen Spalt... Genau, falsch, aber... Der dir Neues zeigt, zeigt, dass alles Altes weicht... Auch wenn ein Schmerz bis an den Himmel reicht... Dann hast du tatsächlich Söhne Mannheims... Aber klar... Er ist auch Teil von dem... Ich nenne es ja immer wieder gerne... Ähm... Die Bermuda-Drehung vom schlechten Geschmack... Oder vom guten Geschmack... Je nachdem... Weil es ist wirklich... Also Savio Naidu... Und... Und... Oder die Söhne Mannheims und so... Es ist... Wie... Wie ist das? Habe ich schon gehasst, was noch die meisten gut gefunden haben... Ich habe es immer gehasst... Und Leute, die das gut gefunden haben... Die haben heute ein Wandtattoo... Ja, so Menschen... Genau, dort steht wirklich... Aber das Arschgeweih haben sie noch... Ja... Und in der Küche ist immer noch Cappuccino an der Wand... Und ein Latte Macchiato... Und irgendwo steht Carpe Diem... Und die haben auch mittlerweile einen Hund... Und von dieser Hundenrasse, die sie haben... Haben sie einen Sticker an ihrem Auto hinten dran... Das sind genau die Menschen... Genau... Und was ich... So... Brätchen mit irgendwelchen Sprüchtern... Normalerweise brauchst du, um irgendetwas... Schnittläderkuchen... Die hängen sich an die Wand... Richtig... Und dann kommen immer noch so lustige Gags... Weisst du... Wo sie noch ein Kleber mehr am Auto haben... Weisst du... Ähm... Ich bremse nur für Geld... Oder äh... Ich bremse auch für Omis... Fuck Greta... Oder so... Ja genau... Und natürlich ist meistens ja Home... Also wüsstest du nicht, dass sie es daheim ist... Stimmt... Und in den letzten zwei Jahren oder so... Behaupte ich, sind die alle auf der Strasse gesehen... Und haben reklamiert... Dagegen... Dass die Welt sich so schnell weiter dreht... Genau... Und die WC-Bürsche sind genau so ein Neues... Wie am ersten Tag... Das nicht benutzen... Und die sind auch nie allzu weit in die Ferien gegangen... Weil... Man könnte ja über den Abgrund fallen... Mhm... Die haben kein Gemischfach... Die haben nur ein Fleischfach im Kielschrank... Ja... Ja... Oh... Ich weiss auch mit Aufschnitten... So... Ganz billig Scheiss... Was von im Sonnen... Erdbeerwurst... Ja genau... Ja... Ja... Kinderschokolade ist gesund... Nein... Das kennt auch mich drin... Das sind so die Leute... Ja... Ich habe eine Regenbogenmaschine... Das ist wahrscheinlich irgendjemand los und denkt so... Ja... Ich finde Söder-Mannheims... Eigentlich ganz okay... Schande! Rausen! Abstellen! Nein... So Leute wollen wir nicht mehr... Nein... Nein... So geil... Alle Follower... Wegsehen nachher... Bis jetzt haben wir gemeint... Ihr seid auch solche... Nein... Sind wir nicht... Wir sind keine Söder-Mannheims... Söder-Mannheims... Aber egal... Ja... Also ihr merkt... Es ist schlimm... Schlimm... Aber ich bin sicher... Bei den Stars und Sternchen... Oder wie man es auch genennen... Beim Klatsch und Tratsch... Hat der Hill sicher ganz cooles Zeug rausgefunden... Promi-Rotz... Jawohl... Ich hatte auch noch den Ratzinger kurz... Am Anfang... Das ist... Sorry... Ich dachte, dass ich es noch ein bisschen überschneiden könnte... Ja... Wir haben... Nein... Schwab wird heilig... Der Papst ist gestorben... Neue Weg gewählt... Der Josef oder Corset... In Ratzinger ist... Die alte Currywurst... Ist zum Neuen Papst gewählt worden... Und hat sich den Namen Benedikt... Ex... Ähm... Ex... Vierzehnte... Ja... Der Vierzehnte... Genau... Und zwar ab dann... Geistliches... Geistliches Oberhaupt zum Knabenschießen... Ähm... Wir bleiben im Thema... Du Münchnuss... München-Modenschöpfer... Rudolf Moshammer... Er kennt nicht... Der Farnenschwinger ist... In seiner Villa ermordet... Aufgefunden wurde... Ich weiss nicht... Kennen Sie den noch? Natürlich... Kleine Visur... Kleinuntersetzt ist nichts... Immer so einen... Wasser... Aufgrund bei sich... Und der beste Spruch... Wo er immer gesagt hat... Probleme haben wir viele... Aber nicht Geld... Denn Moshammer... Oh Gott... Apropos Hammer... Ähm... Er hat sich den Fall... Strich Rambanov ausgesührt... Was ihm nicht nur eine Fuffi gekostet hat... Sondern auch gerade sein ganzes Leben... Einen teuren Spass... Ja... Er ist vom Strich... Er drosselt worden... Ist übrigens... Das gehört ja frei... Äh... Freigelob worden... Er ist Iraki... Wird es abgeschoben... Weil er ist zu teuer im Staat... Also wirklich so... Man schiebt ihn ab... Weil er hat nur gekostet... Ja... Brad Pitt und Jennifer Aniston... Haben ihre Trennung weggegangen... Oh... Paris... Tom Cruise hat auf dem Eiffel durmt... Katie Holmes... Einen Heiratsantrag gemacht... Wirk... Darf ich mal die Notizen anschauen... Hast du dir das so aufgeschrieben? Absolut... Mexiko... Am 10. Mai hat Heidi Klum... Die alte Modefalten... Ihrem Traumprinzil... Gehroden... Am 12. September... Ähm... Hat sie ihren Sohn... Henri... Gündo... Ademal... Dasstu Samuel... In Los Angeles geworfen... Sechs Tage danach... Ist sie wieder... Auf der EMI Gala... Award gewesen... Und zwei Monate danach... Ähm... Mit trainiertem Buch... Wieder auf der Victoria Secret Show... Die Kriegerin... Und wieder... Äh... Single, oder? Mittlerweile, ja... Nein, dort wieder mittlerweile... Ah, das weiss ich gar nicht... Nein, die ist doch mit dem... Mit dem Typ zusammen von Tokio Hotel... Also jetzt... Aber das ist auch erst seit... Zwei, drei Jahre... Ist das ja schon... Ja, ja... Die hat eigentlich jetzt immer einen gehabt... Die hat immer von... Von einem zum anderen gewachsen... Ja... Mir ist nie langweilig geworden... Das stimmt... Ich meine, Sila hatte zuerst mal... Ein neues CD geschrieben... Und über seinen Schmerz vor... Ja... Ja, der Sila... Ah... Ja... Und ähm... Eine enge Freundschaft... Wie gesagt... Er hat dann äh... Zwei Cockringen geschenkt... Mit Diamanten... Sehr sielvoll... Genau... Kate Moss wird beim Kokse fotografiert... Und entschuldigt sich dann noch... Öffentlich für ihren Drogenkonsum... Oh, Skandal... Hm... Nicht sofalls... Das habe ich noch nie gehört... Hm... Was, Kate Moss? Äh... Nein, Drogenkonsum... Ah nein... Das ist doch gut... Führer Harry... Auch bekannt als Prinz Harry... Er schien an einer Party von einem Kollegen in einer Nazi-Uniform... Seine Uniform ist... Ach, das war das denn? Ja, ja... Grosse Moment... Die Uniform war nicht faltenfrei... Und hat auch nicht den ersten Platz im Verkleidungsgemacht... Verkleidungsgemacht... Ehrlich nicht? Das ist ein Skandal... Für das hat Harry den Schnitzer gefehlt... Hehehehe... Er kreisertig Fötter... Ja, das sollst du erst dran... Ich will das... Also da muss ich auch sagen... Weisst du... Wie dumm muss ich sein... Weisst du... Als die Person... Weisst du... Ja... 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 Und zum Schluss... Kanye West... Anlässlich seinem Live-Acht-Auftritt... Behauptet er im Juli 2005... Dass AIDS er von menschengemachte Krankheit sei... Vorher schon wieder legen... Seine Theorie... Und haben herausgefunden... Dass Kanye West selber von Menschen gemacht worden ist... Hehehehe... 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 Stark... Hehehe... Sehr schöner Schluss... Ich habe... Voll gerade beenden... Das ist so perfekt gewesen... Das wird schwierig zum Toppen... Gut... Wir reden ja noch über Filme... Juhu... Oh shit... Hätte ich fast vergessen... Das kann man ja auch noch... Das hast du nicht vorbereitet... Kann man was müssen machen... Nein... Du nicht... Du bist total entschuldigt... Nach... Das ist stark... So... Und dementsprechend würde ich sagen... Gehören wir zu unserem Top-Film... Und ich würde euch mal vorstellen... Dass unser Spyker anfällt... Okay... Dann... Starker Film... Schaue ich heute noch sehr gerne... Tolles Cast... Toll geschrieben... Toll... Also... Toll geschrieben von den Comics... Ist ja praktisch eins zu eins übernommen worden... Was der... Robert Rodriguez... Sehr, sehr gut gemacht hat... Inszenatorisch... Und es ist halt einfach mal... Mal wieder etwas anders gewesen... Da... Und... Ja... Es ist ja nicht nur einer... Wer Regie geführt hat... Es ist ja eigentlich... Also... Es ist ja auch Frank Miller gewesen... Und... Gut... Eine Szene... Tarantino... Ja... Und Frank Miller war ja der... Wer die Comics geschrieben hat... Ja... Er hat auch Regie geführt... Ja... So beide miteinander... Aber es hätte den Film nie gegeben... Ohne Robert Rodriguez... Darum sehe ich es eher als... Der Film von Robert Rodriguez... Das will ich jetzt das Gegenteil sagen... Weil ohne den Comic... Hat es ja auch den Film nie gegeben... Und wer hat den Comic gemacht... Jo... Aber Frank Miller hat Hollywood nie... Die Rechte daran... Das ist Robert Rodriguez gewesen... Wo er das angekriegt hat... Dass er die Rechte wieder abgibt... Ist das so? Ja... Robert Rodriguez hat... Die Szene am Anfang... Mit dem Josh Hartnett... Ja... Die gibt es nicht in den Comics... Die hat Robert Rodriguez geschrieben... Inszeniert... Und alles... Aus eigener Tasche... Und hat das Frank Miller gezeigt... Frank Miller ist schon von jensten Leuten... Angesprochen worden... Dass sie... Das Wende verfilmen... Er hat allen Nein gesagt... Und... Rodriguez ist dann zu ihm gegangen... Und das zeigt... Entschuldigung... Und... Dann... Hat Frank Miller gesagt... Okay... Du hast verstanden... Was es mir gegangen ist... Du darfst den Film machen... Okay... Ja... Darum... Die Realisierung vom Film... Das sehe ich als Robert Rodriguez-Film... Mhm... So... Ja... Alles gut... Mit den Credits... Ganz klar... Auch Frank Miller... Und... Ich dachte... Das Story muss man ihm viel mehr sagen... Ja... 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 So irgendwo eine Art... Und... Film-Noir... Wo... Comic-mässig sehr... Praktisch eins zu eins ins Reale... Übertragen worden ist... Auch mit der... Schwarz-Weiss-Performance... Mit gewissen Farbklecks... Ähm... Ziemlich hart... Was aber... Viele... So Film-Noir-Stories... An sich an sich... Gerade die Noiren... Und... Ähm... Ja... Ja... Eben... Ganz, ganz tolles Ensemble... Mickey Rourke... Bruce Willis... Clive Owen... Gehauern... Und so weiter und so fort... Also... Einfach schauen... Ich weiß... Das ist... Okay... Gute Dinge ist noch... Natürlich... 07... Planet Terror... Aber ich glaube... Das ist der letzte... Sonst gute Film... Von... Von Rodriguez... Ja voll... Der hat nur noch Müll gemacht... Also ja... Okay... Es sind die zwei... Aber den habe ich auch nicht gut gefunden... Machete Kills... Finde ich... Ist auch... Das ist aber nur Produzent... Meinte ich gesehen... Oder? Dann hast du eingeführt... Ähm... Doch... Bei Machete... Ich war schon Produzent... Ähm... Regisseur... Sorry... Ähm... Gut... Er hat ja dann nachher... Vor allem... Seis... Seis Network... Also der... Der Fernsehsender... Er hat jetzt... Ich glaube... Wie heisst es wieder... Er... Er... Oder irgendetwas... Er war ja auch... Lucha Underground... Ah... Ja klar... Das ist cool... Aber der Film hat er wirklich nur noch Müll gemacht... Krass... Okay... Idem... Ähm... Nein... Ganz klar... Mit... From Dusk Till Dawn... Desperado... Und so... Das sind wir alle... Faculty... Richtig... Da waren wir alle Fans... Und dann... Ja... Und dann irgendwie... Nach... Ding... Sin City... Es war einfach Game Over... Okay... Für mich als Planet Server noch... Machete... Der Film ist schon auch wieder... Nicht mehr ganz so cool... Der funktioniert schon auch ein wenig... Aber es ist nie so gut... Wie alle anderen Filme... Nein... Der ist einfach unterhaltsam... Aber es ist halt auch... Weil er so trashmässig gedreht wird... Richtig... Und sich überhaupt nicht ernst nimmt... Und dann kann man den... Für das wahrscheinlich zu lange geht... Finde ich... So ein Kurzfilm... Ja... Ja... Den Punkt gibt er tatsächlich... Ja... Aber... Auf jeden Fall... Ja... Sin City... Ja... Das ist schon cool... Damals im Kino... Das ist wirklich ein Erlebnis... Das sind alle da... Was sehen wir da eigentlich... Schon lange noch geschaut... Immer wieder mal... That's it... Ja... Hele... Hast du noch etwas dazu... Beifügen oder... Nenn doch einfach den nächsten Film... Gehen wir... Ja... Jetzt mach es mal so... Mensch... Okay... Coach Carter... Bist du wahnsinnig... Wachttrauma... Thomas Carter... Nehmt Samuel L. Jackson... Als Coach... Von einer... Basketball... Mannschaft... Also von einer... Schul... Mannschaft... Kommt dann rein... Seinlich das ganze Jahr... Immer verloren... Keinen Respekt... In der K10K... Er bringt hier Struktur rein... Ein bisschen mit harter Hand... Und... Oh... Wie es halt so ein Sportrauma ist... Warten sie besser... Und entwickeln sich weiter... Uh-huh... What? Aber mach du... Ich finde es... Nicht gerade unbedingt... So der... Lärweg... Wie gesagt... Dass ich dann irgendwie... So... Sag ich mal so... Das typische Happy End... Er hat schon so ein bisschen... Seine eigene Geschichte... Ein bisschen länger... Aber... Ich habe da... Sehr amüsse angefunden... Auch mal... Irgendmal erwarten... Erfolg... Ich bin aber nicht mehr sicher... In Wäldern... Ich glaube... In den Sportfilmen... Das habe ich ja Basketball... Und habe den so genannt... Weil ich fand... Das ist eben nicht so gut... Das ist ja ein 0815-Film... Findest du? Ja schon... Ich bin da schon nicht so gut... Aber es ist nicht so schlimm... Wie der mit dem... Denzel Washington... Der... He Got Game... Das ist wirklich... Also der dümmste... Film ever gewesen... Und der ist einfach so... Das ist einfach so richtig... Sportfilm... Der Durchschnitt... So gefühlt... Ja mit dem Samu... Ja... Mit dem Sammy... Okay... Das hast du gut gefunden... Das weiss ich auch gar nicht gewusst... Kann auch... Ja... Ausserdem... Hast du vorher unterhaltsam gesagt? Was habe ich gesagt? Unterhaltsam... Das wird spät... Das sind... Nacht nach drei Wörter... Ist das schon wieder... Ja... Gut... Wenn wir so schaffen... Dann kriege ich es auch anders... Dass es in die Sackung geht... Sag mal... Kriegst du hier... Unser Frasenschweinloch? Ja... Schlitzeschlitzgelaufen... Wie muss ich wissen... Wir haben immer noch... Unser Frasenschwein... Und wir probieren... So die typischen Ausdrücke von uns... Die wir uns ständig wiederholen... Ein wenig zu eliminieren... Und jeder von uns hat auch... Eine kleine Liste mit solchen Ausdrücken... Also du hast eine grosse... Ja... Das ist wirklich hart... Und man kann es ja ergänzen... Aber wir haben es neu gemacht... Wir testen es jetzt mal... Ein paar Wochen... Wir können immer noch schauen... Ob das etwas ist... Ich kann einen Kredite... Auf mein Auto aufnehmen... Ja geil... Ja hey... Ich würde sagen... Ich würde doch gerade einmal... Einen von... Ja doch... Ich kann es gar nicht sagen... Einen Lieblingsfilme... Von diesem Jahr nennen... Und zwar ist... Der Dissent... Ja... Ganz klar... Ich liebe diesen Film... Wirklich... Sehr für diejenigen, die es nicht wissen... Es geht um eine Gruppe... Von... Frauen... Die immer schon ein bisschen... Abenteuerlustig waren... Und immer... In ihren... Ja... In ihren... Ferien... Und dann gibt es ein tragisches Ereignis... Bei der einen... Und um das quasi... Ein bisschen aufarbeiten... Und so ein bisschen... Vergessen zu machen... Gehen sie nochmal raus... Und wenn... Eine Höhle-Expedition machen... Und... Ja... Wer will man sagen... Die Höhle ist halt vorher... Unentdeckt geblieben... Angeblich... Und... Es geht runter und runter... In dieser Höhle... Und... Klaustrophobie... Und... Panik... Und Horror... Und Brutalität auch... Und für mich... Einer von den geilsten Enden... Ever... Ich liebe diesen Film... Ich bin eh grosser... Neil-Marshall-Fan... Auch wenn er viel, viel Bullshit gemacht hat... Auch wenn er war für meine Lieblingsfilme gemacht... So aus dem Genre... Also... Vielleicht für die, die jetzt sagen... Oh, das tut eigentlich nur nach einem spannenden Thriller... Es ist schon auch ein Horrorfilm... Also für die, die jetzt Horror... Das ist Horror... Eben... Die, die Horror nicht gerne haben... Ist es nicht der richtige Film... Vor allem ist es ja... Definier Horror... Ein Horrorfilm ist ein Film, der dir... Ein... Schlechtes Gefühl gibt... In diesem Sinn... Absolut... Und... Seien es das durch... Verschrecken... Seien es durch... Ekel... Seien es durch... Ein Unbehagen... Und da ist es ganz klar... Das Unbehagen... Eigentlich alles, was du bis jetzt gesagt hast... Ekel auch... Absolut... Verschrecken auch... Es gibt ein, zwei richtig gemeine Jumpscares... Das ist schon so... Wo wirklich... Also... Da haut sie fast aus den Socken raus... Auch wenn wiederholt... Mal schauen... Ja... Vor allem die Klaustrophobe... Ja... Jedes Mal, wenn ich an diesen Film denke... Habe ich nur... Das im Kopf... Ja... Furchtbar... Aber... Ein sackstarker Film... Ich liebe ihn wirklich... Und... Was man auch noch... Vielleicht sagen... Ich meine... Der hat jetzt nicht... Ich kann nicht, dass er ein riesen Budget hatte... Was hat er für ein Budget gehabt? Der hat dreieinhalb Millionen gehabt... Mhm... Und was er aus dem... Also wirklich... Also das Setting etc... In den Höhlen... Das kaufst du ab... Weisst du... Nicht so cheap-ass... Das ist irgendwie vorher... Wir haben natürlich am Licht gespart... Das kommt aber am Schluss... Am Film zu gut... Das ist richtig... Nein... Aber für mich ganz klar... Einer von meinen Lieblingsfilmen... Von dem Jahr... Wo ich immer wieder gerne schaue... Wo mir auch... Ja... Auch schon gezeigt haben... In einem Double Feature... Mhm... Oder... Ja... Also ich war auch mal nicht da... Schlecht... Ja... Kann nicht überall sein... Aber nein... Der Descent... Ähm... Nicht der Descent... Das wäre ja eher so... Die nicht Lieben... Der so... Der Descent... Welche absolutes Meisterwerk... Äh... Aus dem Horror-Genre... Mhm... Für die, die gerne den Genre haben... Und auch noch nicht sehen... Und die, die sagen... Ja... Horror... Ich weiss nicht... So... Schauen gleich... Gut... Spikey... Dann bleib ich doch bei Horror... Ja... Ich muss ihn nennen... Weil der wird von mir sonst keiner nennen... Der Devil's Rejects... Von Rob Zombie... Definitiv... Ja... Habe ich schon... Ein paar Mal gesagt... Dass ich den wahnsinnig gut finde... Für mich... Sogar... Perfekter Film eigentlich... Weil für mich alles an dem Film stimmt... 4,5 Stern... Habe ich ihm nur 4 gegeben? Nur... Nicht 4,5... Habe ich... Habe ich nur 4... Ich habe gemeint... Ich habe dem nur 5 gegeben... Also... Kann ich es nicht... Ich habe es gemeint... Nur Grote... Weiss es gar nicht... Aha... Entschuldigung... Jetzt habe ich gemeint... Du machst etwas anderes auf deinem Handy... Also... Ja... Die Weiterführung... Von das Haus der Tausend Leichen... Wo man einfach... Quasi... Die Zeiten wechselt... Und das... Für mich funktioniert das wahnsinnig gut... Und... Äh... Der Rob Zombie hat es da herangekriegt... Dass... Die unsympathischten Leute... Mir sogar sympathisch geworden sind... Sagt vielleicht ein wenig viel über mich aus... Aber hey... Pfff... Egal... Nein... Toller Film... Toller Soundtrack... Ähm... Tolle Gastschauspieler auch noch... Und... Kann ich immer wieder schauen... Hm... Segal... Du hast ihn gar noch nicht bewertet... Bei uns auf Flatterbox... Nur wenn ich... Haha... Nein... Nein... Ich habe mir zweieinhalb gegeben... Wahrscheinlich nicht... Die Kamerasachen sind gut gewesen... Aber eben... Ich bin ja sonst mit so einer Zombie-Fan... Du denkst... Zwei kann ich nicht gewertmen... Nein... Gib doch noch... Nein... Nein... Ich finde das immer noch... Also ich habe ja... Andere Filme haben ja wirklich... Einer und solche Dinge gegeben... Also die ich wirklich... Beschissen schlecht gefunden habe... Hm... Aber eben... Das ist halt der Stil... Was einem nicht gefällt... Oder eben... Sehr gefällt... Das ist ja... Ist ja legitim... Jesus Gott... Also... Haben wir auch schon... Bei Trivial Pursuit... Folge bei der Erste... Haben sie ja schon davon... Andere und ich... Sind ja ziemliche... Fans von Rob Zombie... Absolut... Ihr gar nicht... Hey... Eben... So sind Geschmäcker verschieden... Das ist doch wunderbar... Ja doch... Mir schwer... Aber eher von der Wussung... Ja gut... Also... Ich rede ja... Davor als Regisseur... Egal... Devil's Rejects... Bin ich oder? Nein... Nein... Hooligans... Mit dem Laia Watts... Mhm... Der Hauptrolle... Geht von Amerika auf England... London... Ähm... Zu seiner Schwester... Lern die Schwogen kennen... Und seine Brüder... Und der nimmt mir dann... An einen Fussballmatch... Von West Ham... Er will noch ein bisschen... Socken schauen... Und rutscht noch ein bisschen... In die... Firmen mit den Hooligans... Einen... Und... Ja... Er schlägt ein bisschen... Gegen andere... Mhm... Ja... Das sind noch Zeiten gewesen... Als Charlie Hanem noch... In seinem... Eigentlich... Heimatdialekt hätte... Können schnurren... Ich glaube... Ein von seinen ersten Filmen... Ich meinte... Oder einmal... Ja... Das sind ja... Alle Anfang 20 oder so... Gell... Naja... Zwei Filme... Ist aber doch weit weg... Wie man denkt... Oh ja... Ne... Du... Sag das nicht nochmal... Du... Hau dich grad mit meinem Rückstock... Es ist jetzt gesichtlich... Nicht gerade... Eine... Riesenphilosophie... Äh... Ja... Es ist so ein... Gemittlicher Film... Wenn man sich ein bisschen... Für die Thematik interessiert... Und ein bisschen... Dramatik möchte spüren... Eine kleine Gags... Dann... Mit dem Mut... Ja... Ein bisschen... Ein Meter 20... Und der Kind möchte... Irgendwo... In die Londoner U-Bahn werfen... Kann man das schon geben... Ja... Das habe ich wirklich nie gesehen... Ah... Es gibt eigentlich drei, vier... Mittlerweile... Aber... Es gibt ja so viele Hooligan-Filme... Ja... Ich kann die fast nicht mehr untereinander unterscheiden... Es gibt ja auch noch den... Gut... Ja nein... Es gibt wirklich mega viele... Also... Es gibt vor allem solche, die in der Hooligan-Szene anfangen... Und dann nachher... Draus raus wachsen... Und dann so ins... Kriminelle... Nein... Und so... Food Soldier und so... Zum Beispiel... Wo es mittlerweile vier Filme gibt oder so... Ja... Ich glaube die ersten zwei habe ich gesehen... Und dann halt auch... Wo es so... In richtig... Rechtsradikal geht... Wo dann aber gleich... Auch ein wenig... Mit dem Fussball verbunden ist... So... This is England oder so... Ja... Das meine ich noch... Ja... Und dann gibt es auch noch den... Gut... Nicht mit Fussball zu tun... Das ist noch... Blöd... Ja... Aber es gibt eben viel zu Hooligan-Filmen... Irgendwann habe ich die Übersicht verloren... Ja... Gut... Wenn man einen... Mit dieser Thematik möchte... Ist das glaube ich schon... So ein wenig... Der... Der, der am flüssigsten geht... Ist das so? Ja... Nein... Vielleicht zum Suchen für die... Weisst du Hooligans... Also... Der englische Titel ist ja... Green Street Hooligans... Genau... Der Film hat irgendwie 500 Titel... Ja... Aber den man... Ja... Nicht wundern... Wenn er nicht gerade finden würde... Ja... Es gibt gerade eben... Was sind es... Drei... Aber ich glaube die hängen nicht zusammen... Ja... Aber eben der erste... Kann man absolut mal schauen... Nur schon... Milaisha Wood spielt das Ganze... Absolut solid... Charlie Hunnam kennt man ja mittlerweile... Ist ja... Ja... Soll ich nicht mehr weg zu denken... Ja... Funktioniert... Ja... Mili... Mim... 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 Ich bin dran... Gut... Ähm... Ich habe einen... Ja... Sicher einer der bekanntesten vom Jahr... Und sicher einer der erfolgreichsten auch... Ähm... Star Wars... Okay, keiner von reagiert. Ich meine, ihr freut euch jetzt. Ich musste ihn abhüllen. Aha. Okay. Savos Episode 3. Revenge of the Thief. Dann muss ich ihn nachher abhüllen. Ich komme mit dem Scheiss-Film. Okay. Der Abschluss von der Prequel-Reihe vom guten alten George Lucas-Lib. Ja, auch mal. Ja, genau. Hey, und ich finde, der dritte Teil, der hat mir schon sehr viel Spass gemacht. Ich habe wirklich gefunden, es gibt so ein paar wirklich grossartige Momente in diesem Film, meiner Meinung nach zumindest. Klar, es ist extrem viel Scheiss auch drin. Das muss man auch sagen. Aber allein spätestens dann, er ist auch extrem meme-würdig. Also wie oft You are the chosen one! Wie oft habe ich das Meme schon irgendwo gesehen? Und natürlich einfach dann wenn er am Schluss, oder wo er wieder zusammengekaspelt wird, da von Edo, ja, es passiert. Also wenn du das nicht weisst, dann weiß ich mir so viel Podcast los ist. Ähm, ja, wenn er wieder zusammengepastelt wird, oder, dann das erste Mal das Konische, die Maske drauf und einfach und das einfach kommt ohne Musik, ohne nichts. Also ich weiss ja im Kino, dort bin ich schon recht, dort habe ich schon eine ganze Hütte gehabt. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Und hey, fuck it, das macht immer noch Laune. Ich finde, ich persönlich habe ja auch ein bisschen eine Vorliebe für Episode 1, wo ja immer wieder extrem verrissen wird. Und ich verstand jeden Punkt, warum, aber ich habe gleich meinen Spass. Episode 2 finde ich wirklich unerträglich scheisse, bis so auf ein, zwei Szenen, aber so scheisse scheisse scheisse. Episode 2 finde ich, ist die grosse Stärke in der ein oder andere Welt. Coruscant ist recht cool und Camino hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Und dann halt ein, zwei Lichtschwertkämpfe, aber ja. Die ganze Liebesscheisse da, die Rotos, so ein Sack und denkst auf die ganze Zeit so, Auch sehr meme-würdig tatsächlich. Ja, ja, klar. Ist nochmal das mit dem, aber du würdest das nie machen, oder Anakin? Nimmst du den Blick, oder Anakin? Egal, ihr kennt es alle. Ich habe gefunden, den müssen wir noch drehenbringen. Ich würde nicht, ausser du willst. Ja. Ja, ich finde, ich darf schon mal nennen. Ja, ja, voll. Das ist schon meine Laune. Also für mich, Episode 3 von der Prickfell-Trilogie der beste, ganz klar. Ja. Nein, ich bin, weiss ich schon. Eigentlich hast du recht. Aber mein Herz sagt Teil 1. Interessanterweise. Dein Herz liegt dir an. Ja. Aber wo Herz? Was lässt dein Herz? Sonst hörst du los, um 22 und 5. Hm. Ja, weisst du, dann gehen wir auf den Lustigen. Und zwar, männlich 40, Jungfrau sucht. Mhm. Für mich tatsächlich der beste, bis heute noch der beste Film vom Steve Carell, oder besser, mit dem Steve Carell. Und einfach ein starkes Cast, wo dann nachher, die haben ja noch alle möglichen grossen Filme gemacht, der Paul Rudd, der ja auch mitspielt und plötzlich wieder richtig gross worden ist. Jetzt habe ich gerade das Problem. Seth Rogen. Seth Rogen, der von mir aus gesehen eigentlich seinen Durchbruch gehabt hat. Und Steve Carell, der einfach den 40 Jahre alte Typ spielt, der sich nie für Sex interessiert hat. Und dann einfach alle seine Arbeitskollegen rundherum finden, was? Alter, du musst jetzt. Und irgendwie, weil er das halt gar nicht richtig will, kommt natürlich in die abstrusesten, lustigsten Situationen. Es ist einfach, es ist nicht nur dumm und blöd und nur unter der Gürtelinie. Nein, es ist eigentlich wirklich eine herzige Komödie mit guten Gags, viele Sachen, die schon fast ein bisschen episodenhaft sind, meiner Meinung nach, immer so einen bestimmten Abschnitt. Ja, kann ich mich wirklich auch heute noch kaputt lachen. Was hast du gemacht? Jetzt habe ich schon gemeint, hat sie Münze zusammengesammelt? Aha, jetzt habe ich schon gemeint, ich werde wieder etwas los. Ah, nein, ich habe doch in Ordnung gearbeitet. Finde ich gut. Awesome. Ich habe nie gesehen, im Fall. Ah, wirklich? Okay. Ich kann nicht. Okay. Also gerne mal irgendein gewisses Ding, also mal passt es rein. Ja, es ist halt Jude Appertow-Film und ich mag seine Filme eben extrem. Aber er hat auch immer die gleichen Casts und so, mehr oder weniger. Das stimmt, ja. Das ist eine für die. Aber die meisten von denen mag ich eben auch, darum, ja, perfekt für mich. Ja, absolut. Also, der 40-year-old Virgin. Apropos 40-jährige Jungfrauen. Hill. Ja. Wolltest du sagen, er ist 40? Batman, da beginnt es. Wir haben Christian Baylor's Batman vom Christopher Nolan, der muss doch schon bei guten Schisseuren sein. Nie vor Spike. Nie vor Spike. Nie etwas sagen. Nie. Nolan darf er sagen. Nolan darf er sagen. Er hat sich ja selber draufgeschrieben Drecks Nolan, was ich glaube noch nie gehört habe. Er hat nicht einfach immer über Nolan Wetter, aber Drecks Nolan. Er ist einfach, ja, aber egal. Er ist ein Regisseur mit zweifelhaftem Können. Du mit zweifelhaftem Geschmack, du Pfeifferweier. Aber ein anderes Thema. Batman beginnt. Ja, mit dem Bild, der erste Film als Batman. Um es bezieher, wie man zu Batman geworden ist, ist es gerade unbedingt ein Liebling, sagen wir, Film von Baylor's Batman. Aber zwei, fünf und das ist nicht schlecht. Nein, das nicht. Das kann ich ja nicht einmal ich sagen. So objektiv bin ich ja. Die Batman-Reihe von Nolan, die ist gut. Ganz klar, jeder Film ist gut von dieser Reihe. Und da steigt halt einfach ganz klar logisch, der Dark Knight, der zweite, ich glaube, der steigt schon raus, das dürfen wir schon mal so vollgemeiner sagen. Ich habe schon mal gesagt, ich finde Dark Knight Rises von der Story her besser. Okay. Heath Ledger, ganz klar, aber Tom Hardy ist halt eben auch gut. Tom Hardy fand ich auch cool, aber schlussendlich, was sie mit dem Schluss machen, ist ein bisschen lame. Ja, das zum Schluss, mit ihm, ja, bin ich bei dir, absolut, aber... Also ich weiss noch, wo Batman beginnend rausgekommen ist, ich glaube, in das ganze Kino gesehen wird, ach geil, neuer Batman, oder geil, geil, geil. Und ich bin relativ, wie sagen wir es so schön, und erinnert, also nicht gerade beeindruckt gewesen, als ich rausgekommen bin. Ich fand also, hey, cool, neuer Ansatz und so, aber er hat mich wirklich beim ersten Sichtigen im Kino nicht wirklich geflasht. Mir ist so ein bisschen zu lange Origin-Story mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Nissen, oder, mit dem Gekämpferle und dem Ninja-Werder, also schminkbar. Das ist ein bisschen, cool, ja. Das ist mir irgendwie ein bisschen too much gewesen, ähm, aber ich halte, den Cillian Murphy, oder also, der Crane, oder so, der Scarecrow, das habe ich halt immer geil gefunden, das ist schon einer meiner liebsten Gage von ihm. Ja, nein, also ich finde es ein guter Start, aber ich finde schon, um zwei, ist es natürlich schon, unerbhaft. Also, da ist es schon wirklich, da ist wirklich jeder Moment, jede Szene, da könnte ich 80 Mal am Tag schauen und hau mich jedes Mal um. Aber ja, gut. Aber The Rise habe ich auch gar nicht so schlimm gefunden, wie er immer. mit dem Schluss finde ich auch, wenn mir es schlechter, umso länger er geht. Ich finde Storytwists in The Rise eben recht cool. Ehrlich? Ich finde es völlig grob. Also, nicht mit dem Bein, um Schluss, aber einfach dazwischen noch, das eine oder andere, okay. Da habe ich recht unterhaltsam gefunden. You were nearly born with it. You nearly adapted the dark. I was born in it. I was molded by it. Und für das Geilste, wenn ich noch singe, zu reden. Tom Hardy ist eh Gott. was muss ich sagen. Cool. Ja, Batman Begins habe ich natürlich auch auf meiner Liste gehabt. Alle sind ja auch weiterer Liste. Ja. Ich habe mich Lust, nicht einmal alle drei aufs Glück zu schauen. Das ist auch so. Ah, schaut man die anders? Hm? Ja, es ist doch schon passiert, dass ich einfach mal Lust hatte, einfach nur auf Dark Knight oder auch auf The Rise. tatsächlich an Batman Begins alleine zu schauen, habe ich noch nie so richtig Bedürfnisse gehabt. Es sind Schauwerte nicht gleich cool und wir gehen nie im Niesen. Ich weiss, ganz viele Fans von ihm und so. Ich finde, das ist auch der uncoolste Bösewicht, vor allem den Dreiteilen. Mit Abstand sogar. Ganz klar. Aber das ist halt ja auch. Ja. Gut, The Batman Begins. The Batman Begins. Ich glaube, ob es in eine ähnliche Richtung geht. Nein, nicht wirklich. Hm. Nein, eigentlich wirklich nicht. Von dem her, machen wir weiter mit, oh je, jetzt wird es lustig, ich will es richtig aussprechen. Ich probiere es. Adams Äppler. Das ist gar nicht so schwierig. Also Adams Äpfel oder Adams Apples. Vom Andros Thomas Jensen, dänischen Gottesregisseur mit ganz vielen wilden, crazy Filmen. Und auch Riders of Justice, der noch nicht so lange rausgekommen ist, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Und natürlich auch ein Film, den ich überall lieb, Man and Chicken. Den ihr aber leider nicht so viele kennen, den kann ich sehr, sehr empfehlen an dieser Stelle. Aber ich glaube, sein Durchbruchsfilm, sein bekannteste, ist gesehen eben Adams Äpfel, wo es darum geht, dass einfach, ja halt, beim Priester gespielt vom guten alten Mads Mikkelsen, wo wir ein Fokus vollgemacht haben. Richtig. Wo einfach so ein, ja eigentlich so wie ein Projekt hat, wo noch die wildesten Figuren bei sich aufnimmt. Unter anderem Nazis und Vorurteile, Sexualstraftäter und was weiß ich alles. Und eigentlich sie quasi als Gemeinschaftsdienst in der Kirche verdonnert. Und ja, es ist halt, wie immer bei seinen Filmen, es sind immer sehr viele Tabubrüche, sehr viele Sachen, wo eigentlich denkst, du dürftest eigentlich nicht drüber lachen, aber du machst es halt gleich, es ist ultra schwarzer Humor und ich liebe den Film wirklich sehr. Es ist einer von den Filmen, den ich erst, ich glaube, zweimal gesehen habe, zum Beispiel. Oh. Es gibt so Filme, den ich bewusst wirklich alle 10, 15 Jahre nochmal schaue, weil ich mich einfach immer, weißt du, ich sage, nein, ich wollte auch, bis ich fast alles vergessen habe. Also gleich ist es wieder so weit, ich kann wieder schauen. Ein Arbeitskollege von mir ist so süchtig nach dem Film gewesen, eine Zeit lang, haben wir den auch jede Woche geschaut. Ernsthaft? Ja, ja. Oh, jes Gott. Also das habe ich selten, aber ja, gut, ich verstand es mit dem Film, er hat wirklich extrem viele lustige, coole Momente, gut auch mit 94 Minuten, jetzt auch nicht ewig lang, also den muss ich wirklich jeder mal gesehen haben, finde ich. Oder? Hast du den auch nie gesehen, Nilla? Ich weiß es gar nicht. Seid es doch gar nicht. Seid es doch gar nicht? Nein, verdammt. Ach. Also, nein. Gut, eben so oft wie damals gewesen, aber ich kann jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr sehen. Ich habe oft gehört, aber ich glaube, ich kann gar nicht sehen. Yo, von Dänemark gehen wir in welches Land, Spike? In den USA. Nein, oder? Irgend, oder? Ja. Das ist jetzt wirklich ein Film, den muss man nennen, ist auch Oscar prämiert worden, Waterline. Absolut. Ja. Ja. Die Geschichte von Johnny Cash, sehr, sehr gut gespielt von Korkin Phoenix. Ich muss auch zugeben, auch wenn ich sie sonst nicht so sehr mag, aber Reese Witherspoon hat da einen sauguten Job gemacht, weil Korkin Phoenix, das haben ja alles selber gesungen, Korkin Phoenix klingt sehr nahe an Johnny Cash, Reese Witherspoon kannst du von June Carter nicht unterscheiden. Das ist wirklich crazy. Ja, das ist wirklich also. Ja, das stimmt. Wenn man sie wegen dem für die Rolle eingestellt hat, dann mein Gruesse an Casting-Chef oder Casting-Chefin, geilen Job gemacht. Ja. Ihre Rolle ist jetzt schon nicht so die geilste. Es ist so die Spielverderberin, aber es ist ja wichtig. Es ist auch so gewesen. Es ist vor allem mega realistisch. Natürlich. Jeder Mann, der so wild drauf ist, braucht einfach eine Frau, weil man immer sagt, Alter, du Trottel. Absolut. Ja, du hast ja recht. Mit dem Spiel wir doch auch gerne. Das finden wir doch eigentlich auch cool, so ein bisschen umsorgt zu werden. Das ist ja typisch. Ich habe immer so aber ich werde aber ich werde aber ja, natürlich ein grossartiger Film. Soundtrack müssen wir ja nicht diskutieren, weil alles voller Johnny Cash und Jerry Lee Lewis und ein bisschen Elvis und alles mögliche. Alle mit dabei. Wilde Vögel, wilde Geschichten, wilde Sachen, die passiert sind, bewegende Sachen, die passiert sind. Ja und er hat eigentlich für mich fast schon ein bisschen, also korrigiert mich, aber er hat eigentlich wie ein neuer Trend gestartet in Hollywood, der eigentlich bis jetzt heute anhat, das Gefühl, dass jedes Jahr ein grosses Biopic rauskommt. Der Ray ist vorher gesehen. Ist der Ray vorher? Ray ist glaube ich ein Jahr vorher gesehen. Okay, den Ray finde ich ja tatsächlich noch ein bisschen besser persönlich, aber also Ray ist super. Ist er ein Jahr vorher gesehen? Ja, dann hat eben Jamie Foxx den Oscar gewonnen und darum ist man eigentlich davon ausgegangen, dass der Korkin Phoenix auch den Oscar gewöhnt. Okay, krass. Aber dann ist es anstelle von ihm halt ... also Ray zum Beispiel viel später gesehen, als ob ich erst nach Warriors gesehen. Nein, die habe ich beide sehr, sehr früh gesehen. 覺得 total sehr früh. Ja und mir danke, gerade alle mom 버 easy. Auch also ich glaube, wir lieb danach einfach alle drei immer wieder mal eine Biopic. Die meisten sind halt immer ein bisschen, also okay, dann sagen wir es anders. Okay, Ray ist vorher gewesen, aber dieser hatte vom Aufbau her, von einem typischen Künstler-Biopik, hat er eigentlich fast eine Blaupause gemacht von den meisten Biopiks heute rauskommen. Du siehst immer so ein bisschen mit, meistens mit Rückblenden, so ein bisschen Anfänge. Also meistens fährt es eigentlich an mit einem grossen Konzert, so hinter der Bühne am Paratmacher und irgendetwas. Und dann kommt irgendeine Erinnerung, weil die Person hat eine Münze in der Hand oder irgendetwas. Weisst du, dann siehst du eine Rückblende und dann springst du zurück. Dann kommt am Anfang die Probleme, die sie hatten. Dann wenn er einen sagenhaften Aufstieg, dann natürlich der Fall mit Trogen und mit Problemen und Zeugelsachen und dann rappelt sich die Person wieder auf. Also die typische Heldengeschichte. Gut, aber das hättest du ja in Ray eigentlich auch schon gehabt. Ja, aber Ray ist schon nochmal ein bisschen, also finde ich, ist noch ein bisschen härter reingegangen, finde ich. Aber boah. Ich finde, ja. Gut, was beim Ray ganz sicher zu gut gekommen ist, dass Ray Charles in den ersten drei Monaten noch mit dabei war, dann ist er gestorben. Ich meinte, Johnny Cash war schon tot, als Walked Align rausgekommen ist. Und rausgekommen ist, kann sein. Bei den Dreharbeiten bin ich nicht sicher. Ich habe gemeint, dass ich da schon... Felix meinte, dass er von Zelt hatte, dass er ihn besuchen ging. Ja, das ist so. Ja, und dann sind immer zusammengegangen, dass er jeden Ort mit der Frau gesungen hatte. Ja, genau. Ja. So herzig. Ja. Wahrscheinlich, weisst du, aber so moderne Lieder. So, okay, Jun, you're ready? Ja. Ja. Hey, 2003 ist Johnny Cash verstorben. Ja. September 2003. Also von dem her, vielleicht am Anfang, von, man realisiert es mal, aber er ist sicher nicht bei den Dreharbeiten dabei gewesen. Aber vielleicht am Dreiburg noch, weil da ist er zumindest auch genannt, dass er am Dreiburg mitgewirkt hat. Cool. Nein, Walked Align. Gehört sicher auf die Liste. Ja. Will, was gehörst du noch auf die Liste? V.I. Vendetta. Mhm. Mhm. Ah, je, je, je. Was ist denn jetzt? Ich erzähl noch mal. Mit Natalie Portman. Gut, so ein bisschen eine dystopische Stadt, ich glaube, Grossbritannien. Mhm. Wo, ich sag mal, eine Gestalt namens V. oder V. Also in eine Rebellion kam und das Bürger befreien möchte von dieser Empfangung, von dieser Politik, die es herrscht wurde. Und dann auf die Iwi stösst oder sie auf ihn. Oder mit Natalie Portman. Und die so ein bisschen in eine Verbündung eingehen, damit sie ihm auch ein bisschen hilft. Ich glaube, jeder kennt die Maske von ihm. So diese Anonymos-Hänse. Mhm. Ich weiss nicht genau, von wo sie Original herkommt. Ich glaube, irgendwie auch... F.O.G. Irgendwie. Ah, das ist so eine... Bekannte Figur. F.O.G. Irgendwas. Er ist ja wurscht. Aber ja. Mhm. Nein, ich kenne mich immer so mit so einer Venedigen... Ich weiss nicht irgendwas... Oder das Phantom der Oper. Keine Ahnung. Das ist ja eine Comic-Verfilmung. Also... Ja. Die Figur hat es schon vorher gegeben. Vielleicht... Und sie wirklich von dort. Nein. Ich habe übrigens gelesen, dass sie... Auch irgendjemand von... Es war kein Mörder oder so. Irgendeine Person. Eben, es ist eine bekannte Figur. Und ich meinte eben... F.O.G. habe ich irgendwie im Kopf. Ich weiss doch nicht mehr. Doch, doch! Guy F.O.G. Mhm. Der wird ja aber in diesem Film auch nicht. Habe ich gemeint. Mhm. Der wird ja aber in diesem Film auch nicht. Ich habe ihn schon wieder lange nicht mehr gesehen. Und ich habe den damals im Kino gesehen. Mhm. Ja. Wieso findet er alles so toll? Fairerweise habe ich aber seitdem nicht geschaut. Das ist wirklich so ein Film, wenn man es mal ganz hoch auf meine Liste tut. Es gibt doch auch so viele, wo du bei der Erstsichtung so... Ich habe den auch bei der Erstsichtung gehasst. Ah, gerade so? Am ersten Mal schauen, habe ich den mega schlecht gefunden. Okay. Und dann habe ich irgendwann, glaube ich, den Glotzen mal eingeschaltet. Und bin hängen geblieben. Um es mal mit dem Hill seinen Wort zu sagen. Und dann irgendwie hat er mich dann plötzlich überzeugt. Vor allem auch Natalie Portman. Okay. Die, wie ich finde, in diesem Film wieder einmal sehr, sehr gut gespielt. Super. Ja. Also Guy Fawkes ist tatsächlich wirklich ein bekannten... Ja. Eigentlich war ich fast ein Terrorist. Zum Beispiel gibt es mir bekannt. Ich habe noch nie von dem gehört. Der Gunpowder-Plot von 1605. Der, ich weiss, diverse Militärsachen in die Luft gejagt hat. Und ja. Der Mann weiss nicht, wenn er Party macht. Von dort kommen die Maske. Oder der Look zumindest. Ja. Ja, irgendwie... Ist ja geschrieben worden für den Wackowski-Schwestern mittlerweile. Ja, oder? Also die, die ja noch für Matrix und so zuständig waren. Ja. Meinst du, wie soll ich es mal wieder probieren? Ich finde, machst du nicht so viel falsch. Ist ja doch krass, weisst du? Ja, 8,2 für 10 auf IMDB. Das ist schon sehr, sehr, sehr hoch. Ja, ja. Die Welt, wo du arbeiten willst, ist sehr cool. Die Alloge sind sehr cool. Ja, Natalie Portman ist schön. Also komm, ich mache es auch wieder auf meine Rewatchlist. Also, es ist eigentlich die gleiche wie meine Watchlist auf Letterboxd. Hild, du hast es geschafft. Ja. Dann hat er schon ein paar Mal geschafft. Also alles nicht. Ja. Aber im 2005 noch nicht. Nein. 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 Also, warte mal. Dann mache ich einfach wieder vor. Schliess. Gut. Sehr schön. Wie von Vendetta, weh, weh, weh. Ähm. Was habe ich? Können wir so ein bisschen Vendetta mässig etwas bringen hier? Ja, also komm jetzt. Können wir mal bitte über Lorde vorreden? Oder muss ich ausrasten? Stimmt, das war auch der. Ah, ist ja 250. Okay. Mhm. Ich meine, es muss ja Minimum ein Film mit Nicolas Cage einfach kommen. Wenn einer rausgekommen ist mit ihm in diesem Jahr, oder? Dann müssen wir das schon ein bisschen ausnutzen. Andrew Nichol. Ja. Als er einfach einen Waffenhändler spielt. Und, ähm. Ja, und es hat die Moral zwischen Waffenhandel oder Profitmacher. Und quasi verfeindete, gruppierende Sachen verkaufen, die sich gegenseitig töten. Krasse, krasse, krasse Thematik. Ziemlich cooler Cast auch, wie ich finde. Ähm, sogar Jared Leto kann man kurz ertragen. Ja, aber nur kurz. Ähm, eine von den, ja, auch von den eigentlich ernsteren, in Anführungszeichen ernster Rollen von Nicolas Cage. Auch wenn es tatsächlich sehr satirisch aufgebaut ist, tatsächlich. Ja, ja, ja. Aber ich finde das schon sehr stark. Ich meine, über das Intro muss man gar nicht reden. Das ist eines der besten Filmintros ever. Also behauptet ihr mal. Dass die ganze Produktion siehst und so, das ist schon saumässig geil gemacht. Und, äh, ja, und er spielt einfach geil, oder? Ja, ja. Also, ja, einfach einen coolen Film. Gibt's so? Was willst du noch machen? Hat so eine richtige Person. Ja, ja, klar. Also, es ist, äh, basiert, glaube ich, auf einem Buch, oder, ich meinte ja, auf einer Autobiografie. Ja. Wie heisst er? Juri Orloff. Ja, ich meine, da heisst er so. Vielleicht er nicht. Weisst du, mit, ähm, wie sagt man, so mit, ähm, ähm, Problemen mit rechtlichen Sachen, die sich einfach aufs Namen ändern. Ja. Gerade wenn es um so etwas geht, könnte man das schon noch vorstellen, irgendwie. Ja. In der Schwierigkeit zu schauen, ich glaube gerade, Ukrainer sind relativ gross drin in dem Film. Sie sind ein grosses Thema, meinte ich. Also, Juri ist ja, glaube ich, Ukrainer. Ähm, und ja. Aber hey, ganz ehrlich, ich finde, diesen Film muss man schon mal gesehen haben. Ja. Klar. Und schon mal eine andere Seite vom Krieg, oder? Das finde ich eben auch spannend. Nicht immer nur, geschissen und gewunden und, äh, was weiss ich, sondern einfach mal das Geschäft mit dem Krieg, oder? Ja. Wie? Ja, richtig. Also, wo eigentlich das Moral ist, weisst du, wenn man schon, Moral, hey, ist das in Ordnung, dein Leben schützt, indem du ein anderes umbringst, oder für dein Land umbringst, und dann, da kommen wir ganz einen anderen moralischen Punkt, oder, hey, ist es okay, Geld verdienen mit dem Elend von ganzen Nationen. Das ist halt schon, es ist heftig. Aber, sehr, sehr unterhaltsam auf den Punkt gebracht, auch, dass du die ganze Zeit mit dem Mahnfinger, weisst du, wo dir da ins Gesicht will drückt werden, das finde ich schon sehr angenehm. Ich habe auch die Kamera immer sehr, sehr gut empfunden. Ja. Sehr abwechslungsreich ist ja schon. Zum Teil, je nach Einstellung, ist es zum Teil sogar schon fast im Doku-Bereich. Ja. Und dann wieder ganz normal Filme und so. Das ist recht spannend, vor allem für die, sagen wir mal, recht triste Thematik, die zwar eben noch unterhaltsam überbracht worden ist, natürlich vor allem auch wegen Nicolas Cage. Mhm. Das hat dem Ganzen eben auch noch sehr gut getan. Ja. Eine gute Auflockerung gewesen. Ja, stimmt. Yo. Dann würde ich sagen, weiter geht's, oder? Hey, das wird immer schwieriger. Ich komm jetzt. Stimmt. Ja. Nimm ich Konstantin. Ja. Keanu Reeves auch wieder eine Comic-Verfilmung. Mhm. Aber in diesem Jahr haben wir ja ganz viele Comic-Verfilmungen, wo kein Mensch jemals ein Comic gelesen hat, bevor der Film rauskommt. Ist korrekt. Also einmal bei uns da, bin ich der Meinung. Ja. Ähm. Ehm. Quasi ein Dämonenjäger, der Dämonen wieder zurück in die Hölle befördert und ein wenig auf die Welt aufpasst. Und wenn es jetzt Rachel Weiss ist, ja, wo schon fast mediale Talente hat, und Polizistin ist und plötzlich auf irgendwelche Sachen strost und es nicht gerade begriffen kann. Und John hilft ihr da. Scheire Leboeuf auch noch in einer seiner früheren Rollen. Ähm. Ey. Einfach einen unterhaltsamen, coolen Film. Coole Action-Momente. Ein bisschen schwülstige Religionsanspielungen. Aber das passt ja an mir. Und dann hat er auch noch in vielen Momenten ziemlich coolen Humor. Mhm. Und Peter Stormer als Lucifer. Super. Mhm. Das ist gut. Ja. 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 Auch da ist so ein Film, wo ich nicht so wahnsinnig in Erinnerung habe. Okay. Aber ja. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das kann sein. Das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Aber ja. Das ist definitiv einer von den Filmen. Ich habe beide Meinungen. Viele, die sagen, das ist Müll und die sagen, das ist gut. Ich finde das auch nicht schlecht. Ja. Das ist extrem unterhaltsam. Ja, das ist unterhaltsam. Ha! Oh. Sorry. Zack. Menschlöser. Entschuldigung. Das ist etwas für das Phrasenschwein. Das war jetzt aber keine Absicht. Das spricht mir auch. Ja. Cool. Ich habe jetzt auch ein Wort um andere. Er hätte ihn entertained. Nein. Kommt. Nächste. Flightplane unten in der Spur. Das ist gut. Gut. Das ist der mit Jodie Foster. Genau. Ah. Nie gesehen. Thriller Mivri. Flightplane. 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 Ah, ich sage. What the fuck. Okay. Flugflugzeug wäre ja noch besser. Ja, ja. Nein, Flightplane. Noch nie gehört? Ja, sie ist auf der Heimreise mit ihrer Tochter und schickt sie ins Flug. Flugflugzeug. Ja. Macht dann Nicole auf, wacht auf und ihre Tochter schweckt. Und alle so. Juhu. Die hat es und so. Ihre Tochter? Ich glaube sie hat den Knacks. Oh. Okay. Okay. Und dann äh. Ja. Macht sie in diesem Flugzeug sich auf die Zeug nach ihrer Tochter. Und alle meinen sie hat den Knacks und weisst selber auch nicht mehr so. Ist sie jetzt wirklich am Spinnen oder bist du eine Verschwörung? Okay. Okay. Ich finde, ich bin gut gemacht. Es bestrengt alles auf das Flug. Ähm. Juhu. Ich gehe mal schauen. Okay. Okay. Ja, ich habe nichts zu sagen. Nie gesehen. Ich auch nicht. Kann ich ja. Gar nicht im Kopf. Also das Cover, ja. Ja. Bon. Dann habe ich noch einen. Dann würde ich sagen. Den muss man im Schnelldurchlauf noch ein paar nennen. Bevor wir endlich zu den Serien kommen. Geben ein bisschen gut zu sein. Ich mache jetzt ein bisschen. Äh. Nicht zuerst die schlechten. Und dann mit der Serie. Ah ja. Oder so. Ja ja. Also. Gib ein bisschen Gas. Ähm. Ich fange jetzt an mit den Schnelldurchlaufen. Also. Caché. Also nein. Du wärst jetzt. Ich will jetzt ein bisschen gut zu sein. Weisst du. Ich opfere mich. Nein. Schau jetzt. Ich habe einige, die wir schon öfters genannt haben. Ja ja. Der erste ist Caché. Ähm. Vom. 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 Honegames. Ganz genau. Ja. Und Anton natürlich. Ja richtig. Oder. Ja und Caché. Das ist wirklich der Film, der einfach. 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 Mhm. Ohne irgendwelche anderen. Ohne nichts dazu. Und dann wird sich das natürlich ganz so eine Psycho-Thrillo verwickeln, den ich ultra geil gefunden habe. Und immer wieder gerne schaue. Also Caché. Dann auch schon genannt. Erst gerade kürzlich beim Filmland. Franck Reisch. Angel A. Luc Besson Film, den niemand gut findet oder gesehen hat. Immer noch für mich ein kleiner Geheimtipp. Dann. Saw 2 wollte ich noch reinbringen. Weil ich bin ja immer noch an dem Saw Re-Watch dran. Und ich finde 2. Wenn auch nicht ganz so gut wie ich in Erinnerung hatte. Aber ich finde ihn immer noch schon sehr geil. Und immer noch ein meiner Lieblingsteile. Ja. Einer von den coolsten Reveals am Ende am Schluss. Und auch ein paar wirklich miese Falle. Von dem her. Einer mit. Dann. Pusher 3. Habe ich auch schon besprochen. Hier in unserem Podcast. Mhm. Ähm. Pusher Trilogie. Von meinem guten alten Kollegen. Nicolas Winding Refn. Ähm. Bevor er noch in die USA gegangen ist. Und Filme gemacht hat wie Drive oder Nie an Demon. Ähm. Gibt es 3 Teile eigentlich. Spielt immer so in der Unterwelt. Ähm. Von Kopenhagen. Und. Ich liebe auch den 3 Teil. Ich finde alle 3 eigentlich auf ihre Art geil. Mhm. Und. Im 3 Teil ist vor allem der Hauptaugenmerk. Eigentlich ein wenig auf den. Höchste Bösewicht. Vermeintlich höchste Bösewicht. Vom ersten. Das finde ich noch so ein spannender. Umkehrschluss. Und du merkst. Ja. Es gibt immer einen grösseren Fisch. Oder wie man so schön weiss. Auch aus Star Wars. Weiss man das. Nicht wahr. Ja. Dann. Ähm. Sicher auch schon. Ähm. Erwähnt worden. Behaupte ich jetzt einfach einmal. Das habe ich noch nicht lange gesehen. Ich habe das noch nicht lange gesehen. Für unsere Horrorfreaks da draussen. Feast. Wo die da noch rein fallen. Der hat mir mega Spass gemacht. Feast. Belagerung. Äh. Alles so. Alkis. In so einer Beiz. Und. Das sind einfach so. Irgendwelche kranken. Ein Monster. Die rein wollen. Und sie wollen sie ja fressen. Natürlich. Eine Geschichte. Die man noch nie so gehört hat. Äh. Ja. Aber das ist ja. Total realistisch. Darum geht man ja nie zur Beiz aus. Äh. Sondern bleibt eben. Du hast ein Problem. Dem Bubi sagst du. Was? Ja. Ich bin gesellschaftsfähig. Ich bin gesellschaftsfähig. Komm jetzt nicht. Ich habe kein Problem. Ich habe nur ein zu wenig Kalko. Äh. Nein. Ich bin doch gesellschaftsfähig. Mhm. Äh. Dann. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Viele Herren verrissen. Finden. Äh. Ich finde immer noch geil. War of the Worlds. Von. Motherfucking. Steven Spielberg. Mit dem guten alten Tom Cruise. In der Hauptrolle. Hey. Ich finde, der hat so viele geile Momente. Ich finde Alien Designs. Das finde ich richtig immer noch cool. Die Szene, in der sie sich hier meinten, den Keller verstecken. Das ist wirklich. Das ist Steven Spielberg. At its best. Ich habe es fertig. Das habe ich schlecht gefunden. Ich habe das. Ich finde immer noch da. Also ich wollte erst den letzten gleich wieder schauen. Aber ja. Ich habe keine Zeit gefunden mehr. So viele andere Sachen müssen schauen. Hab ich. Dann. Ich habe ihn gleich noch erwähnt. Brokeback Mountain natürlich. Sicher einer von äh. Ja. Der bekannter Film von diesem Jahr. Der hat ja auch dann im Folgejahr 3 Oscars. Immerhin gewonnen. Ähm. Gleich viele übrigens wie die Geisha. Die du ja letztes Mal in einer Rückblick-Folge erzählst. Darüber. Die dir nicht so gefallen hat. Das ist ja wahrscheinlich ein Momentchen. Ja. Vor ein paar Wochen halt. Ähm. Oder auch. Ähm. Und er hat auch 3 Oscars gewonnen. Darum nenne ich den auch noch. Weil ich glaube. Ich habe das über Jahre her. Nein. 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 Ich meinte den habe ich eben noch mit Drecks geschaut. Nein. Von mir aus. Ist ja egal. Auf jeden Fall Crash natürlich noch. Der hat nämlich auch 3 Oscars gewonnen. Episode-Film. Da hast du mich sowieso immer. Im Deutschen hat der ganz dumme Untertitel. Der heisst nämlich L.A. Crash. Aber im Original heisst es einfach nur Crash. Oder ist das der französische Untertitel? La Crash. Nein. Das wäre doch. Von Paul Haggis. Aber wirklich auch mit einem coolen Schauspieler. Wir erzählen nur noch an. Tony Danza. Sender Bullock. Aber es kann nicht immer alles perfekt laufen. Und ja. Und dann noch als letztes noch. Und dann bin ich durch. vor History of Violence. Kennen ihr doch hoffentlich beide? Den habe ich tatsächlich gesehen. Alle anderen, die du jetzt gesagt hast, habe ich glaube nicht gesehen. Was? Ernsthaft? Nein, also. A History of Violence. Igor Mortensen in der Hauptrolle. David Cronberg. Ja. Eigentlich fast die letzten guten Filme, den er noch gemacht hat. Wenn mich fragst. Aber den habe ich schon cool gefunden. Ja. Das ist es eigentlich. Tada. Jetzt schreibe du mal runter. Gut. Also. Ich habe natürlich wieder eine Tonne Komödie. Logischerweise. Ähm. Ja. Aber auch ein bisschen anders. Gut. Ich habe. Die Verfilmung der Serie Ein Dude kommt selten allein. Überall auf der Welt verrissen. Ich finde ihn immer noch cool. Sehr coole Rennszene. Ein sackstarker Soundtrack. Ich finde das Zusammenspiel von Johnny Knoxville und John William Scott sehr sehr cool. Ich habe auch die Serie gekannt. Ich habe die Serie auch cool gefunden. Und ich finde es nicht so schlimm, wie man es umgesetzt hat. Also. Das wird ja oft als Argument genommen. Ähm. Einer, wo. Ja. Das ist ein guilty pleasure. Spiel ohne Regeln. Mit Madame Sandler. Weil. Er ist eigentlich wirklich schlecht. Aber. Irgendwie macht er mir Spass. Was? Kannst du immer noch den englischen Titel nennen? Weisst du? Äh. Oh, warte. Was ist das? Longest Yard, oder? Longest Yard. Ich glaube. Ja. Ähm. Dann. Haben auch schon mal irgendwie darüber geredet? Ja. Ich glaube bei den Sportfilmen. Dann. Äh. Die Hochzeitscrashers. Oder Wedding Crashers. Ah. Ja. Owen Wilson. Und ähm. Ähm. Vince Vaughn. Genau. In der Hauptrolle. Ähm. Ich finde. Sau lustig. Einfach Situationskomik. Die zwei, die eine tolle Dynamik haben. Und da hast du mich schon. Einfach so irgendeine Body-Komödie, wo man einfach in irgendeine Situation hineinschmeisst, wo es normalerweise nicht im Alltag gibt. Mhm. Die gehen ja an jede Hochzeit und gehen von irgendjemandem dort aus, damit sie dort gratis trinken können und Frauen kennenlernen und alles Mögliche. Für mich hat das Konzept voll funktioniert. Ja. Verstand ich. Dann ähm. Der Film Waiting. Da habe ich jetzt nur den englischen Titel. Ähm. Da habe ich die letzte auch schon mal erzählt. Mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Und Anna Faris. Ah. Ja. Wo es einfach darum geht, zu schaffen, einem grösseren Team in einem Restaurant. Ähm. Der, der jetzt gerade den grummen Sedems gespielt hat, im Wednesday, ist auch noch mit dabei. Unter anderem. Ähm. Ein Betrieb. Alle Leute mit ein wenig eigenen Problemen und so. Und es spielt alles nur in diesem Betrieb. Und das nur über kurze Zeit. Und mit dieser Sache hast du mich. Einfach nur ein Standort. Ein Team. Ganz alltägliche Situationen. Arschige Gäste. Mega nette Gäste. Irgendwer kommt noch. Meint ähm. Hey. Was machst du jetzt aus deinem Leben? Du bist doch zwar saumässig gut in deinem Job. Aber mach doch mal etwas aus deinem Leben. So. Hm. Magie. So ein Zeug. Dann ähm. Per Anhalter durch die Galaxis. Der Hitchhiker's Guide through the Galaxy. Ähm. Ich habe das Buch nie gelesen. Sollte ich endlich mal machen. Höre immer nur Gutes darüber. Abgefahrene. Total schräge und skurrile Science Fiction Geschichte. Mit. Mit. Wirklich viel Schauwerte. Mit. Ganz viel. Lustige Sachen. Teilweise so skurrile Sachen. Dass du erst beim dritten Mal schauen. Lustig findest. Aber. Sie sind es. Ja. Mit einem depressiven Roboter. Was schon alleine. Fürsprich den Filmen mal zu schauen. Haben wir ja bei der KI-Folge. Haben wir dabei gehabt. Ja. Stimmt. Stimmt. Jo. Dann ähm. Ähm. Sowas wie Liebe. Ähm. Ah. Jetzt habe ich den englischen Titel. Weiss ich nicht. Der mit dem Aston Katscher. Den habe ich bei unseren Lieblings-Liebesfilmen schon erwähnt. Ähm. Sowas wie Liebe. Ah. A lot like love. Ganz genau. Ja. Gut. Dann habe ich noch Hostel. Ja. 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 Schon ein Klassiker im Horrorbereich. Und ich mag ihn auch sehr. Teil 2 auch. Teil 3 nicht mehr so. Jo. Eli Roth. Ähm. Militärdrama. Wo bei vielen Sachen ein bisschen tiefer geht. als viele andere Filme. Es geht vor allem um die Ausbildung von Marines. Dann auch die ganz ganz langweiligen Seiten am Krieg. Und dann auch so Sachen wo. So bist du so. Ja. Für was mache ich den Scheiss überhaupt. Und das haben sie da doch sehr interessant umgesetzt. Und überall in allen Ecken gute Schauspieler eingesetzt, die gepasst haben. Da habe ich auch mal für einmal den Jamie Fox sehr passend gefunden. Ich bin sonst nicht so ein großer Jamie Fox Fan, aber da habe ich ihn gut gefunden. Das darf man auch mal erwähnen. Unbedingt. Ja. Und dann habe ich noch The Island. Hugh McGregor, Scarlett Johansson. Hast du da etwas? Das habe ich nie gesehen. Hey. Ich finde. Oh. Ja. Er hat ein paar Sachen, die ich sehr cool finde. Gerade das Weltdesign. Also gerade die optischen Sachen. Dem Habitat, wo sie wohnen. Finde ich sehr sehr gelungen. Dann ist das einfach die Auflösung, um was es eigentlich geht. Und finde ich sehr nachvollziehbar. Und das ist das Täuschere an diesem Film. Dass das eben eigentlich so nachvollziehbar ist. Und ja. Hey. Irgendwie. Aber es ist so tiefgründig, wie du es jetzt erzählst. Es ist ein Michael Bay Film. Ich habe wirklich ein Problem. Irgendjemand stimmt nicht. Irgendjemand liegt. Es ist überhaupt kein typischer Michael Bay Film. Okay. Okay. Also es gibt nur ganz, ganz wenig wirkliche Action-Szenen. Okay. Und Ewan McGregor spielt in einem Michael Bay Film die Hauptrolle. Da merkst du schon, dass es kein typischer Michael Bay Film ist. Ja. 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 So. Also. Und das wäre es gewesen von mir. Heli. Sehr schön. Was hast du noch so rum? Nicht mehr. Oh. Perfekt. Wenn ich alles runtergelesen von dir. Unter anderem. Oh. Dann haben wir, würde ich sagen, nennen wir doch Jeno irgendwie. Machen wir einen Flop pro Person. Dann gehen wir zu der Serie. Ist gut. Eurer grösste Flop, der euch spontan im Sinn gekommen ist von diesem Jahr. Nur einer? Okay. Ja, ich würde sagen. Ja, ist gut. Wir werden ja positiv bleiben. Ja. Ich hasse es immer, dass es negativ ist. Ja. Wolltest du das? Ja. Mach nur mal. Die Légene des Soros. Wie man dann nur bei der Rasse. Ja. Ich habe so, ich muss Scheisse gefunden. Das ist so eine, äh, ist immer das Gleiche. Ich meine es gerade immer darum, irgendein Typ hat irgendwie ein Dorf, wo noch alles unterschließt. Er ist reich. Alles andere sind kleine Bauern, die sich nicht wehren können. Und natürlich hat irgendeine Familie die heißeste Braut ever. Die muss natürlich dann nicht mehr zu diesem Typ. Und dann kommt irgendein Held, der mit einer Maske ist befreit. Ja. Es ist immer, äh. Und vor da. Hör, vor, vor da, du. Ah. Gut erklärt. Ja, okay. Ja. Und dann hat er gut gefunden, ich kann ja schon sein. Ey, nein. Es hat halt einfach, äh. Gestern sind da Jones dort eigentlich bekannt gemacht, oder? Ja. Und ich habe sie schon wahnsinnig hübsch gefunden. Das muss ich schon sagen. Ja, hübsch ist sie ja. Also jetzt nicht mehr. Also nicht wegen dem Alter, sondern wegen den vielen OPs, die sie hinter sich hat. Ja. Also ich wäre lieber normal gerade, das würde schöner aussehen. Aber... Das hat er vermutlich gut, ja. Ja. Hey. Ich hatte mich ja nicht lange damit auf, aber mir ist gerade etwas ins Auge gestochen. Wahrscheinlich gäbe es noch schlimmere Filme für mich, aber den habe ich wirklich beschissen gefunden. Erinnert euch noch an Get Shorty. Oder Schnappt Shorty. Mhm. Der war ja cool, oder? Kannst du jetzt mit be cool? Ja. Ah, okay. Also Get Shorty habe ich wirklich easy gefunden. Ich dachte mir eigentlich noch Spass gemacht oder so. Klar, okay. Oh, John Travolta spielt einen Gangster. Oh, das habe ich auch noch nie gehört. Oh, Uma Furman und so. Alles klar. Aber eben der zweite Teil, das war so unnötig. Er war so blöd. Es war einfach nur noch ein Schaulaufen von Leuten, die ich nicht in einem Film sehen will. Ja, gut. Ja, stimmt. Wie der Andrew 3000, der Steven Tyler, Christina Milian. Kennt ihr noch jemanden? Ja, ja. Nein, zum Glück. Also wirklich, es war einfach nur noch, sogar Fred Durst, ich als Limp Bizkit-Liebhaber. Wenn der kommt, nervt für mich, dann ist einfach Game Over. Ich habe den so doof gefunden, den Film. Fui. Ich mag es eigentlich noch. Ja, das ist einfach so eine Unnötig. Der braucht es nicht. Mach doch nicht so einen Scheiss-Film. Regt mich nicht immer auf. Was hast du denn auf deiner Flop-Liste, Top 1? Das ist tatsächlich einer meiner grössten Hassfilme. Oh. Und zwar, weil er einfach schlecht gedreht ist. Vom Regisseur gibt es Sachen, die ich zum Teil sogar sehr mag. Es gibt auch von den Darstellern her, Sachen, die ich sehr mag. Viele Darstellern in diesem Film mag ich sehr. Und darum scheiss ich mir diesen Film noch mehr an. Alone in the Dark. Game Over. Das ist ein Boll-Film? Ja. Ui, ich weiss, sie werden ganz viel ausrasten. Lieber Grüße an Andrea an dieser Stelle. Den hat er auch nicht gut gefunden. Ja, zu Recht. Man kann auch nichts von ihm gut finden. Oh, der Postle ist grossartig. Nein, Alone in the Dark ist eine Game-Verfilmung. Er ist beschissen geschrieben. Er ist beschissen inszeniert. Überall viel zu dunkel. Du hast praktisch nichts gesehen. Null Spannung. Was weinst du Titel? Hey, und ich meine, in der Hauptrolle Christian Slater, die ich eigentlich mag. Tara Reid, die ich eigentlich mag. Ich weiss ab und zu nicht wieso, aber ich mag sie eigentlich. Ja, ich weiss schon, du Säunickel. Stevendorf, den ich eigentlich sehr mag. Und, also, auf gut Deutsch, ich glaube, die sind alle voll auf Stoff gewesen während dieser drei Arbeiten. Es kann nicht anders sein. Es sind ja alle drei Darsteller. Es sind solche, die eben ziemlich Absturzphasen hatten. Zum Teil wieder da sind. Zum Teil nie mehr kamen. Hey, ich kann es nicht anders erklären. Der Film regt mich bodenlos auf. Also, ja. Verstanden. Er ist wirklich einer meiner grössten Hassfilme überhaupt. Ja. Das ist ein guter Pick. Das ist einfach wirklich zum Scheiss. Ja, ja. Ja gut, meine anderen, die ich auf der Liste hatte. Also, ja. Ja, aber die lassen wir jetzt übel. Nein, nein, machen wir nicht. Nein, nein. Für unsere Hass-Listen einmal. Ich mache mal so eine Hass-Folge. Eigentlich müssen wir einmal im Jahr eine Hass-Folge machen. Aber weisst, dann erinnere ich mich vermutlich schon wieder nicht mehr an die. Weil ich dich so verdränge. Man will ja positiv denken. Ja, aber genau. Gerade wenn es um so schöne Sachen im Film geht. Bin ich bei dir. Oder Serien. Darum gehören wir schnell zu den positiven Serien. Denen Serien, die in diesem Jahr angefangen haben. Man hätte doch für den Wechsel von Film zu Serien einen Knöpfchen. Hey. Du musst jetzt auch da drücken. Ja, sicher. Jetzt? Ja. In diesem Moment? Ja, du kannst auch die Spoilermusik hören. Das ist auch gut. Das ist ja. Also. Wir kommen zu einer Serie. Ähm. Wichtig hier vielleicht nicht Serien, die dort schon gelaufen sind. Sondern wirklich, die gestartet sind in 2005. Also. Natürlich. Weisst du zum Beispiel immer? Simpsons. Gibt es in 89. Haben wir da natürlich nicht drin. So. Gut. Ähm. Ich würde sagen. Hill. Mach du gerade weiter. My name is Earl. Yes. Das war klar. Da war ich auch auf der Liste. Ja. Grossart. Jason Lee als Earl. Eason Subler als Randy. Zwei Brüderer. Er gewinnt Lotto. Und so. Und findet dann auch das Karma ausgleichen. Er hatte das Glück gehabt. Er hat einfach keine Liste. Und man muss eigentlich allen. Sagen wir allen. Sagen wir allen, die das Leben lang schlechter haben. Er hat etwas Gutes tun. Und sich entschuldigen. Eh. Seine Liste abarbeiten. Mit x Leuten darauf. Damit das Karma. Ähm. Ehm. Ehm. Wohlgesonnen ist. Kann man so sagen. Ja. Er hat glaube ich eine 4 Staffel. Ja. Da müssen wir ja nicht unbedingt von 1 an. Es gibt dann schon so eine Story, aber ich habe auch angefangen zu schauen. Ich glaube, jetzt mitten drinnen. Ich bin dann mal wirklich angefangen von 1. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich weiss, ich habe alles geschaut. Aber seit einem offenen Sender wurde das nicht einmal abgesetzt. Ein riesen Spoiler. Es gab eine mega neue Story. Das hätte es nie gegeben, oder? Der wäre so geil gewesen. Der wäre so stark gewesen. Die Gast-Schauspieler, die sie hier hatten, und auch die wiederkehrenden Charaktere, die sie hatten. So viele haben einfach irgendein Klischee erfüllt, aber bei den meisten Charakteren hast du dich einfach gefreut, wenn du sie wieder gesehen hast. Und das macht dich einfach, dass jemand Charaktere schreiben kann, die richtig casten, die richtig inszenieren und du freust dich jedes Mal, wenn du den siehst. Und wenn es nur... Crab Man, das ist ja einer der Hauptcharaktere, klar, aber... Da fängt es einfach schon an. Große Fan. Mr. Turtle. Ja, genau, was Mr. Turtle da alles schon erlebt hat. Da, wo Mr. Turtle abgehauen ist. Das ist so geil, Mr. Turtle kommt jetzt. Überhaupt, als seine Ex-Frau fand ich immer wahnsinnig stark. Ja, die ist richtig. Die ist richtig witzig gesehen. Absolut, absolut. Ja, nein, wirklich lustige Serien. Ich habe es nicht geschaut, aber ich bin ja... Ah, wirklich? Ja, ja, immer wieder mal. Das ist so meine Mittagsschläfli-Serie, weil ich ja alle Folgen schon kenne, da schaue ich immer etwas, was ich schon kenne und dann eben dran, so schön, ich lasse mein Name ist Earl laufen lassen. Ab und zu sind die Folgen so gut, dass ich nicht füllen kann. Ich habe es nicht probiert wieder bei Alphen und dachte, komm zum Einschlafen, eine Alphen-Folge. Ja. Und dann bin ich so gebann, weißt du, so mit den Händen vor den Augen, so, oh, was passiert als nächstes? Ja. Das ist eigentlich spannend. Cool. Sehr cool. Also, my name is Earl. Ah, blöd. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd für die Reihenfolge. Egal. Ich habe sicher auch etwas, das ihr nicht habt. Das geheime Leben der Insekten, oder? Life in the Undergrowth. Das war eine fünfteilige Dokuserie. Von David Attenborough. Von Sir David Attenborough. Und, äh, ja, treue Zuhörerinnen und Zuhörer und alles dazwischen. Und Leute, die mich sowieso kennen, die wissen ja, ich habe einfach ein Faible für Insekten, oder soll man mal studieren und so. Halt etwa kräuscht und fleust. Ja, irgendwie schon, ja. Und das ist einfach eine wahnsinnig cool gemachte Doku gewesen damals sowieso. Wahnsinnig schöne so Nachaufnahmen gab. So ein bisschen aufgeteilt gewesen in schöne Sachen, weißt du, so ein bisschen Luft, also Sachen, die fliegen. Dann ist es aber auch um so Staaten, Insekten, Staaten gegangen. Aber auch, das ist ein bisschen, ja, nicht immer schön, so Parasiten, parasitäre Sachen auch. Und so weiter und so fort. Aber es ist super geil, Drei zu sehen. Und halt auch mit seiner Stimme, wie sie immer ist. Das kennt man ja auch, die ganzen BBC-Dokus, oder? Das ist ja auch irgendwie das Gleiche. Hey, für Leute, die sich so interessieren, für Tiere und Insekten vielleicht auch noch gerade, oder für Dokus allgemein in der Natur, sehr ans Herz legen. Das Geheime lebende Insekten. Spiker. Ja, ich habe dann noch eine Serie, wo ich immer sehr hin und her gerissen bin. Die ist zu dieser Zeit sehr schnell sehr populär geworden. Serienende hassen also ziemlich alle. Dann hatte diese Serie Glück gehabt, dass sie dann gestartet hat, weil zwei, drei Jahre später wäre sie überhaupt nicht mehr gegangen. Die Serie könntest du heute so nicht mehr rausbringen. Ähm, und zwar auch auch mit der Mother. Mhm, klar. Weil Barney Stinson ist definitiv ein Charakter, den du heutzutage nirgends mehr so schreiben darfst. Nach der ganzen MeToo-Bewegung und so weiter, weil... Also, ja. Ja, klar. Naja, ich weiss, es wird wahrscheinlich nicht mehr so geschrieben werden, aber... Ja. Ich glaube, wir unter uns sind noch so einig. Sachen darstellen heisst ja nicht, dass wir das auch gut finden. Nein, nein. Das ist ja ein riesiger Unterschied. Das ist definitiv. Sonst darfst du auch nie mehr einen Film zeigen, wo Menschen getötet werden. Oder was ich meine. Das ist ja so... Es ist ja eine Person, die es irgendwie immer wieder mal gibt, in einem Freundeskreis, einen Charakter. Vielleicht in deinem Freundeskreis. Aber jeder, der kommt mal so einen Typ, so ein bisschen Barney. Ja, ja. Nicht gerade im Anzug, aber so einer, der meint so... Ah, ich weiss, was du weisst. Ich habe nur Leute im Anzug gehabt, aber dafür... Nein, das sage ich. Scheisse. Ja, nein, es hat ja schon... ein paar... ein paar... coole Charaktere gehabt. Ein paar... Also ich habe auch totale Hasscharaktere darunter. Aber ich glaube, sie sind alle so verschieden geschrieben, dass es für jedes irgendjemanden gibt, den man cool finden kann. Auf irgendeine Art. Und dann halt auch wieder mit so vielen Sachen, die sich wiederholt haben, die dann ab und zu gar nicht weisst, bist du jetzt im Jetzt oder bist du jetzt in der Vergangenheit? Weil sie haben es ja recht gemixt damit. Ja, das stimmt. Ähm... Was aber auf eine interessante Art und Weise passiert ist. Aber gerade so die letzten... Sind es das... Zwei... Vielleicht sogar drei Staffeln. Die haben schon stark abgegeben. Weil da hat man immer wieder einmal versucht, den Status quo zu ändern. Mhm. Wie man das noch oft in Serien macht. Und dadurch, dass sie das gemacht haben, hat es relativ lange verhebt. Was ja bei anderen Serien dann zum Teil gar nicht verhebt hat. Also... Ähm... Da kommt man jetzt irgendwie so etwas in den Sinn, wie... The Golden Hotel. Mhm. Von den Golden Girls. Wo man einfach das ganze Setting ändert. Und... Es funktioniert einfach hinter und vorne nicht mehr. Und dann wird es abgesetzt. Da hat es... Einigermassen funktioniert. Wenn man es nicht allzu krass geändert hat. Man hat viele Sachen noch gleich gelassen. Ja... Hey... Ist äh... Unterhaltsame Serie insgesamt. Wird nie eine von meiner Lieblingsserien sein. Und ich habe diese so oft in irgendwelchen Wiederholungen. Weil es einfach irgendwie zu einer guten Sendezeit gelaufen ist. Einfach eingeschaltet und halt laufen. Mhm. Weil so... Ja... Stört mich nicht, wenn das läuft. Mhm. Und mittlerweile... Mhhh... Muss ich es nicht mehr so riesig haben. Ähm... Wenn es mal irgendwie läuft und gerade nichts anderes rum ist. Und ich bist irgendwie am Kochen oder so. Ja... Ja... Okay... Ja... Okay... Ja... How much your mother? Aber es ist eben eine Serie, die jeder mal die wirklich hätte. Ja... Ich habe das Gefühl. Ich freue mich auch. Hill... Rom... Hm... Ja, was hast du mit dem? Das ist eine Stadt in Italien. Schlimm... Ich bin noch nicht da gesehen, aber... Ist es nicht sogar die Stadt in Italien? Ja, es ist echt ein Nabel von der Welt, kann man sagen. Also du, was ist denn mit dir los? Ein Nabel? Knöchle? Einmal gesehen. Wiesst du, weil jeder Weg führt nach Rom, oder? Viele Wege führen nach Rom. Aber es ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. So, jetzt haben wir jedes blöde... Eigentlich sollten wir jetzt alle auch nochmal einen... Ich habe jetzt noch einen, zwei Phrasenschweine. Also das sind ja ganz schlimme Phrasen, oder? Und wir machen nicht mit bei der Nummer. Das sind ja schöne Asitonis. Er hat nur zwei Staffeln gegeben. Ähm... Wieso? Ja, die Cäsar hat da nicht lange gemacht, oder? Ja, das steht da ja. Der Pfeifenkopf. Es geht eigentlich um zwei Legionäre, die zurück vom Krieg kommen und eigentlich dann in Rom so Fussfassermin oder im Leben. Aber dann soll das ganze Machtvakuum von der Politik wieder hineinzogen werden. Ja, da sind ja gute Soldaten gewesen und man kennt sie. Und dann halt, ja, das ganze Machtgestruck hinten dran. Im Kriege, etc. Ich weiss gar nicht... Hat der auch viel Sex gesehen gehabt, oder vielleicht das mit... Nein, das ist ja das gewesen. Doch, auch. Ich meine, das ist ziemlich brutal gewesen. Aber ich habe es eben nie geschaut. Aber sie... Ich habe auch nicht. Starke Überwärtungen, also gell? Der 8,7 oder Feindebein. Der Hauptdarsteller ist ja jetzt gerade gestorben. Aber der Ray Stevenson ist jetzt gerade wieder ein bisschen repopulärer. Ah, okay. Also das würdest du empfehlen, in dem Fall? Du, also wenn man so... Ich sage so... So eine Kostümserie könnte man das nennen. Ja. Wenn man so ein bisschen auf das steht... Es ist hochwertig gemacht. Es ist eine HBO-Produktion, also... Und auch jenische Darsteller, wenn ich so die Liste anschaue, kennt man auch noch ein bisschen aus Game of Thrones, also... Mhm. Ja. Ja, irgendwie hatte ich schon mal Lust, das zu schauen. Mhm. Mhm. Aber weisst du, ist es dann auch... Weisst du, ist es nicht abgeschlossen gewesen? Hey. Warum gibt es immer noch? Ich meine... Weisst du, in zwei Staffeln ist es vorzeitig abgebrochen worden, oder ist es so... Nö, das passt. Ich muss mal wirklich überlegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich... Ob sie so eine Cliffhanger-Schluss hat, eine Kassis. Ja. Aber ich... Ich glaube, nein, sie ist schon normal fertig. Also abgeschlossen. Okay. Ja. Schön. Ja. Ja, ich würde sagen, vor 8,7, das kann man noch toppen auf 1 dB. Ich würde sagen, ich bringe mal das... Ich würde sagen, fast schon den Elefanten im Raum. Bauer sucht Frau. Ach Gott. Ganz klar. Einmal der beste Serie. Wieso wundert mich das nicht? Bauer sucht Frau mit den besten Alliterationen, die es je gibt. Wie man auch so schön würde sagen. Das ist aber die Deutschland-Edition, oder? Äh, ja. Genau. Okay, ja. Hey, und das ist einfach... Die Alliteration für dich, die das nicht wissen, das sind so... Ja, so geschmückte Begriffe, so Sachen wie... Anstatt, weisst du, die fette Sau oder so. Und dann einfach so etwas wie... Die wohlbeleibte Frohnatur Susi freut sich auf den schön gedeckten Frühstückstisch mit allerlei Leckereien aus dem eigenen Garten, wie aber auch... Weisst du, das ist eine völlig übertriebene Rede. Die Propere, die haben sie, glaube ich, oftmals gesagt. Propere ist ein sehr beliebtes Wort, ja. Ich bin auch immer grosser Fan von den Untertiteln, die dort... Eigentlich, weisst du, was sie mit den Menschen machen, folgt danach. Wir haben ja auch schon Leute herangeschickt, bewusst. Also Jan Böhmermann hat das ja gemacht. Dann haben wir zwei Schauspieler, die so wirklich völlig... Also wirklich... Also eigentlich labil dargestellt hat. Und er hat diese reingebracht, aber ich bin Schweigertochter gesucht, glaube ich, gesehen. Aber es geht ja alles ein bisschen ins Gleiche hinein. Aber er hat diese Form von Serien aufgebracht und hat so viele wahnsinnig, für mich witzige Momente gesagt. Und er sagte, ich schaue es wirklich nur wegen diesen Aliterationen und wegen diesen Texten unter ihren Namen. Ich könnte alles andere, weisst du, wenn es nicht so... Dann kann ich zum 500. Mal als Überraschung abgeholt werden mit einem Bagger oder mit einem Traktor oder so. Oder so. Hey, ich habe für heute etwas Schönes geplant. Hast du nachher Zeit? Und du denkst so, ja, sie ist wegen dir da auf dieser Hofwoche. Fuck, los! Und die Gästezimmer auf diesem Hof sehen auch jedes Mal gleich. Immer. Ich glaube, die haben nur drei Designs von Bettdecken. Das ist so. Und aber sie haben immer, ich glaube, die Produktion von Bau sucht Frau, haben irgendwie eine Rosenblüte, weisst du, schon abgetrennt. Kilo Weiss, Säcke, die sie einfach diesen Typen geben. Und natürlich die Kerzli, weisst du, vom... Die Röscherkerzli. Ja genau, die Röscherkerzli, die es dir nachhert wird. Hey, ich habe hier etwas vorbereitet. Oh, das ist aber schön! Dann denkst du auch so, nein Mann, nein, ist es nicht. Sogar mit zwölf, wenn du das gemacht hast, hättest du eine bekommen. Aber egal. Oh, da freue ich mich aber. Ja genau. So. Oh. Nein, also... Das hat ich jetzt noch nie am Anfang gemacht. Nein. Ja genau. Du denkst auch so, wow, fuck your life, Mann. Das ist noch nie. Weisst du, das ist ja traurig. Weisst du, das ist gar nicht immer lustig. Ja. Aber ich lache ja gleich gerne. Das ist ja so ein bisschen... Was willst du machen? Willst du mir heulen? Nein. Also komm, bitte. Weisst du, das kannst du stoppen, Spike? Ich habe nichts mehr. Oh, du hast gerade keine Serie mehr? Nein, ich habe keine Serie mehr. Okay. Ich habe nicht viele Serien geschaut, die 2005 gestartet haben. Hill? Robo Chicken. Ah, Robo Chicken. Ja. Wo... Ich kenne es eigentlich eher so als Zwischen... Nicht als Serie im Damsen, einfach so eine Zwischen-einblende auf MTV ist es immer gekommen. Ja. Von... Eigentlich immer wieder von Serien, so nach der Pause. Mhm. Ähm. Aber wo erzählt auch Serie? Ist äh... Ähm... Es sind so Sketches mit äh... Gnettfiguren, aber auch mit Spielfiguren. Ähm. Stop-Motion-Technik. Ja. Und wahrscheinlich auch noch ein bisschen, nehme ich an, CGI. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube im Fall nicht. Ehrlich gesagt. Glaubst du wirklich? Aber ja. Meinst du rein? Ja. Glaubst du ja. Äh... Ja und er hat zum Beispiel bekannte Figuren und irgendwie halt immer so Derby-Witz. Ja. Ja. Ja und halt immer mit so bekannten Franchises, oder? Gerade Star Wars kommt immer wieder drunter. Ja. Und ähm... Stimmt. Es gab das eine... Was ich... Den könnte man kennen. Ich glaube es ist ein Totenstern. Und ähm... Ich weiss jetzt nicht. Es ist jeder da von Vado runtergeht. Die Rolltreppe. Ich glaube irgendeine andere Figur. Und dann hat der Stormschuber durchlaufen, seit der Christ. Und ähm... Ich glaube der Imperator könnte es sein. Ja. Ich weiss, du wirst mich jetzt gerade hassen, aber... Gibt es Robo Chicken nicht schon länger als 2005? Also... Ich habe es gelistet als 2005. Okay. Robo Chicken. Gut. Vielleicht... Ah... Vielleicht als Serie... Ah, vorbei. Ich habe es jetzt gerade aufgemacht, um etwas nachzuschauen. Ich bin dem Robo Chicken 2001. Ich habe die Komödie 2005. Ich habe die Komödie 2005. 11 Staffeln. Spannend. Spannend. Egal. Ist ja wurscht. Ist auf jeden Fall ein schöner Pick, würde ich sagen. Ich weiss, ich habe es auch noch nicht mehr gelesen. Weisst du, das ist vielleicht so etwas wie... Wie jetzt gerade, was mit Beis und Butt-Head abgeht. Weisst du, wo ich am schauen bin? Mhm. Oder? Für mich, oder? Gefühlt, äh... Die... Elfte Staffeln, oder? Aber offiziell die zweite, weil es halt jetzt nicht mehr Mike Judge Beis und Butt-Head heisst, sondern nur noch Beis und Butt-Head. Ja. Obwohl der Mike Judge dabei ist. Oder es umgekehrt. Ich bin nicht mehr sicher. Egal. Und ich glaube, das ist etwas Ähnliches bei Robo Chicken, glaube ich. Bom. Hey, ich habe noch zwei kleine Sachen. Hogan Knows Best. Nein, sorry. Natürlich nicht so gut wie die Osports, muss man ganz klar sagen. Aber hey, geht es echt einem Wrestler zuschauen? Vor allem jetzt im Nachhinein, wenn man etwas mehr weiss über sie leben mit ihrer Frau, dann denkst du, oi 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 oi. Aber das habe ich schon immer recht witzig gefunden. Ja, stimmt. Das habe ich auch viel geschaut. Vor allem halt, weil du einfach all die alten Wrestler immer gesehen hast. Und einfach so normal, in Anführungszeichen normal, oder? Vor allem war es so eine interessante Zeit für ihn, wo er eigentlich schon ziemlich kaputt war, aber sie haben ihn doch immer wieder ein, zweimal gezeigt, wie er in den Ring steigt. Richtig, ja. Und die Gastfamilie immer so, ja, hm, mega scheiss gehabt. Oder, ah, da tut sich doch wieder was. Wie meine Tochter, die Brooke oder so, die irgendwie Popstar wollte, und nichts konnte. Mit 6 aus, sie hat wie, 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 28 oder so. Und Nick, der irgendwie alles gemacht hat, um irgendwie in den Knast zu kommen. Das hat ja am Schluss nicht geklappt. Oh. Ja. Hey, und dann, das Letzte, was ich noch erwähnen will, ist mein neuer Freund. Finde ich wahnsinnig witzig. Christian Ulmen. Sie ist, ich glaube, es war 7, ich bin nicht gerade sicher. Deutsch halt. Und es ist einfach darum gegangen, eine Frau hat sich melden, also hat sich melden können. Und dann hat sie gedacht, ich glaube, es ist mir Geld gegangen. Nehm ich mal an. Und das Einzige, was sie hat machen, ist, während einer Woche quasi den anderen Freunden, Familie und so vormachen, dass das ihr neuer Freund ist. Mhm. Und wenn er es geschafft hat, er hat sich dann ausgegeben als der neue Freund, und wenn er es geschafft hat, dass sie vorher abbricht, oder dass sie es auflösen müssen, dann hat sie ja nichts gewonnen. Und er hat es natürlich immer geschafft, das ist alles so etwas mit versteckter Kamera gedreht worden, er hat wirklich die geilsten Figuren rausgeholt, der Hardcore-Kiff vor dem Familientisch mit dem Böngli. Und weisst du, sie mussten dann wirklich die ganze Woche zusammenleben. Also auch im gleichen Zimmer pennen und so was. Und dann der eine, der sich einfach, weil sie ist extrem ein Reinlichkeitsfreak oder so gewesen, und dann ist er gekommen, hat sich einfach drei Wochen lang nicht geduscht. Vorher und natürlich auch dann nicht. Und die ist wirklich, die ist fast am Kotzen gewesen. Die eine, die hat glaube ich aufgegeben, nach einem halben Tag, das geht nicht. Scheiss auf das Geld. Dann habe ich halt wieder Schuld, das ist mir alles egal. Und was das geilste Gefühl ist, weil halt immer, du musst mir jetzt ein Essen machen, mit deinen besten Freunden, vor allem, die besten Freunden, weisst du, siehst du so, was will die Art der? Weisst du, wenn sie in die Küche gehen, wie sie miteinander geredet haben, und auch die Familie und so. Väter, die ihn verprügeln wollten, zum Teil auch geschlagen haben, oder solche Dinge. Grossartige Serie gesehen. Mein neuer Freund. Das habe ich geliebt. Ja, habt ihr noch etwas, was noch richtig beschissen gefunden hat? So eine Serie, die euch gerade in den Sinn kommt? Oder nichts? Weil sonst? Nein, habe ich ja gar nicht geschaut. Und dann machen wir ja keine... Dann hören wir doch auf. Ich habe doch noch American Dad auf der Liste gehabt. Oh, Entschuldigung. Ich habe nicht vorher gefragt. Fuck. Okay, American Dad. Also auf der positiven Liste? Jaja. Okay. Im Gegensatz zu einer alten Serie, ist es jetzt nicht so die, die oben drauf schwimmt. Aber es hat gewisse Folgen, die witzig sind. Sicher. Ja, obwohl es mir selbst gefallen, aber ich bin von American Dad eben nicht so Fan. Es gibt... Es hat zu viele Charaktere, die einfach wirklich irgendwie nur doof sind. Der Klaus ist natürlich super. Der Goldfisch. Ja, der Nazi-Goldfisch. Ja, super. Und ja, Roger das Alien zum Beispiel, ist bei weitem nicht so unterhaltsam wie Brian bei Family Guy. Ja, gleich eine ähnliche Figur. Ja, ja, sehr ähnlich. Also die ganze Familienstruktur ist ja sehr ähnlich. Ja, das stimmt. Aber irgendwie kriegen die den Unterhaltungswert von Family Guy nicht hin. Ich weiss auch nicht, wieso. Es ist auch nicht der gleiche Humor. Exakt. Nein. Aber es ist irgendwie flacher. Es ist so... Ja, es ist anders. Er ist sehr viel amerikanischer. Eben, er hat beim... Was ist... CIA ist er ja und... Irgendwie, das spielt sehr oft mit ihnen. Und Peter Griffin hängt er mit seinen Kollegen ab und hat eigentlich nur Sufen im Grind und nur Seichmacher und so. Das ist irgendwie... Es ist ein dümmerer Humor. Ja, aber... Ich glaube, American Dad probiert hat ein bisschen schleuer zu sein. Tatsächlich als Family Guy. Weisst du, so mit... Allein, weisst du, so eine Hippie-Tochter und CIA-Militärpapi und... Weisst du, diese Geschichten aufbauen, oder? Aber es interessiert sie einfach nicht. Und... Und... Und Family Guy schlägt halt einfach total über die Stränge und einfach... Auch wieder ernste Themen aufgreifen. Ein bisschen wie South Park. Nicht ganz so gut, aber sehr oft eine ähnliche Kerbe. So reale Sachen nehmen und die einfach komplett durch den Gaggo ziehen. Sodass es... Ja, dass man gar nicht mehr dagegen sagen kann. Man merkt, ich sage es mal, kein Hintergrund. Also nicht irgendwie so... Family Guy, auch wenn sie etwas in den Dreck ziehen, oder so. Aber es hat immer so eine philosophische Hintergrund. Also philosophische, aber so eine... Geschichte hat einen Hintergrund. Meistens, ja. Meistens. So ein bisschen... Und... Zeigt so ein bisschen Fehler, aber ich merke, dann gibt es das irgendwie nicht. Das ist einfach... Ja, so bei Family Guy fast immer in der ersten Folge von der neuen Staffel. So, und da haben wir jetzt unsere Szene, wo man eigentlich für einen Emmy nominieren könnte. Liebe Leute, wir haben jetzt praktisch alles genau gleich gemacht wie bei Breaking Bad. Nur, wir werden nicht für einen Emmy nominiert. Gut. Fair weiss, das muss man ja auch noch mal sagen. Jetzt reicht es. Also Family Guy ist es schon nicht gerade. Aber jetzt ist ein anderes Thema. Hey, auf jeden Fall 2005. Allgemein, der Film war ein ziemlich gutes Jahr. Mhm. Für dich sogar sehr gutes, würde ich sagen. Ich finde, ja. Für mich ist es ein Durchschnitt, aber schon auch ein gutes Jahr mit zu Hause. Ja. Was würdest du sagen? Ähm, es hat mehr positive Filme gegeben als negative. Aber es hat doch einen Gegensatz zu anderen ja schon viel gütiger. Aber ich sage jetzt nicht so der Film, der so überragend irgendwie war. Wo ich jetzt irgendwie sage, ach ja, wenn ich zurückdenke, stimmt der, der ist so geil gewesen. Ja, ich weiss, was du meinst. Weisst du, es ist nicht so eine, keine Ahnung, von mir ist Pulp Fiction 94 haben wir doch erst gerade gehabt. Ja. Oder weisst du, so ein Film, egal ob jetzt deine Lieblinge oder nicht den überragend, das ist einfach so 94 Film, dann kommt dir der in den Sinn. Mhm. Das hat 2005 für mich auch nicht. Ja, Walk the Line sehen ich schon in die Richtung. Ja, am ehesten noch. Ja, ist natürlich auch Mosca-Rennen der Rennner gewesen, in dem Sinn, oder wo alle angenommen haben, dass der Rennner wird. Ja, eine Synth City ist doch schon recht gut, aber so im Ich sage jetzt nichts Falsches. Naja, ich meine, ich denke, es ist eher eine Pulp Fiction EU an eine Synth City. Ja, natürlich. Das ist auch der Stil und alles. Ja, aber so vom Gesamten eigentlich, es ist schon gut, aber Spannend wird es aber jetzt, wenn wir auslösen, was als nächstes kommt. Mhm. Und jetzt gehen wir wieder 20 Jahre zurück, das heisst, wir gehen wieder in 80 Jahre. Mhm. Ähm, was haben wir schon von den 80ern? Weisst du, was kann jemand auswenden? Ähm, sag's nicht, das weiss nicht auswenden. 89 haben wir sicher 86 haben wir glaube, 89 und 86. Ich schaue doch einmal. Weisst du was, ich schaue doch jetzt einfach einmal. Wie ein Wilder. Also, wir haben gerade 2005, genau, 94, das ist das letzte, dann haben wir noch 2019, 83 haben wir schon und 89. 83. 83 und 89? Das sind alle. Ich meinte, wir hatten noch mehr. In den 80ern. Jetzt habe ich etwas falsch aufgeschrieben. Kann schon sein. Das habe ich nicht das Gefühl. Ja. Also bei meinem Archiv. Mhm. Ja gut. Also, alles außer 83 und 89. finde ich gut. Haben wir 86? Wenn wir einen Jahrgang nehmen, dann schaust du, was für Filme merken, wie schnell wir das hatten. Ja, das ist richtig. Das ist schon komisch, oder? Aber ja, wird schon stimmen. Moment, ich kann natürlich. Könnte man einmalig noch 70er, glaube ich, hatte? Ja, einmal. Ich könnte natürlich noch bei mir. Weisst du, was könnten wir machen? Machen wir mal eine Liste da vorne, weisst du, wo alle Jahre drauf sind? Da können wir immer schön durchstreichen. Weil jedes Mal am Ende der Jahrgangsfolge guckt man da. Äh, 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 Wo bin ich eigentlich? Was soll das? Ist eigentlich auch blöd. Ich kann gar keine Hosen nach. Was? Das können wir uns und alles dazwischen kommen, das ja nicht zumuten, dass wir nicht einmal das anbekommen, oder? Was ist eine Hose anzuziehen? Ja. Also, komm jetzt. Ähm, Spike zählt Uhren im Kopf. Von 80 bis 89. 89. 89. Und, ähm, und zwar fair bleiben. Nicht abschissen. Nicht abschissen. Nicht abschissen. Nicht abschissen. Nicht abschissen. Und du, Hill, du sagst Stopp. Gott. Also, Start könnte vielleicht jemand sagen. Also, Start. Stopp. 81. Das habe ich definitiv noch nicht gehabt. Das ist richtig. 1981. Nein. Das ist eine Phrase. Wie? Was? Das ist richtig. Hä? Ah! Das gibt es in den 80er Jahren schon. Hä? 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 Der einzige Film, der mir gerade in den Sinn kommt, ist tatsächlich, äh, es sind zwei. Wir als Erste in den Sinn kommen, oder? Ist doch Evil Dead. Mhm. Und, äh, der erste Indiana Jones. Mhm. Ist doch auch 81. 81. Hey, wir werden es sehen, ähm, oder hören besser gesagt. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Ähm, gerne eine gute Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Ähm, dann abonnieren. Ihr kennt das ganze Spiel, das machen wir jetzt nicht wie all die Influencer. Ähm, weil ihr sind cooler als das, weil ihr hört ihr uns. Insta, Facebook, TikTok, überall. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Na ja, oh man. Geschäfte!